Wotzen, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge Siedekast. Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Folge Nummer 92 und es wird heute richtig voll und zwar nicht zwingend mit Themen, sondern ich glaube, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, ich podcaste heute mit drei weiteren Kollegen. Wir sind zu viert heute am Start, komplett verteilt, ich sag mal europaweit aufgestellt und die erste, die ich euch vorstellen möchte, ist unsere Dame in der Runde, das ist die liebe Franka. Ihr kennt sie wahrscheinlich aus den letzten Jahren, weil sie auch bei uns natürlich das Intro gesprochen hat und ich meine, Franka, korrigiere mich, du warst auch schon mal bei uns zu Gast damals, richtig? Ja, ist richtig, ich war vielleicht sogar schon zweimal bei euch zu Gast, wenn ich mich richtig erinnere, aber es ist schon lange her. Das stimmt, ist wirklich lange her, aber du bist nicht mehr im Podcast-Geschäft aktiv, ist das korrekt? Ja, ist korrekt, also wie du vielleicht oder wie vielleicht später dann meine Kollegen hier erwähnen werden, wir hatten ja einen Gaming-Podcast, da war ich noch sehr in der Podcast-Szene involviert und jetzt ist es eigentlich mein erster Podcast wieder seit einigen Jahren, würde ich sagen. Genau, und vielleicht ja nicht der letzte, so wie wir das vielleicht im Vorfeld schon mal besprochen haben, vielleicht ergibt sich da ja noch ein bisschen was. Ja, schauen wir mal. Dann den zweiten in der Runde, den kennt ihr auch, der war regelmäßig bei uns, nicht nur zu Gast, er war ein Bestandteil vom Cinecast, bis wir uns quasi komplett einmal abgeschossen haben beim Barbecue-Podcast, glaube ich, war das. Zu Gast ist heute auch mal wieder, ich freue mich sehr, der liebe Thomas. Hallo Thomas. Seid gegrüßt, meine granatenstarken Freunde. Ja, volle Kanne, Hoshi, würde ich sagen. Ja, super, schön, dass du da bist, Thomas. Ich hoffe, es ging dir gut in der Zeit, in der Podcast-freien Zeit. Ich glaube, auch du hattest kein Parallelprojekt dazwischen, ne? Nein, don't call it a comeback. Also, ich bin froh, hier zu sein. Ich bin auch froh, den nächsten Gast mit dem mal zu podcasten, weil dem höre ich auch sehr viel zu und hat immer irgendwas Interessantes zu sagen. Aber von mir gibt es gleich mehr, aber stell doch mal unseren dritten Gast vor. Sehr gerne. Er ist der Kollege, mit dem ich das Chat-Duell in Hamburg gerockt habe bei den Rocket Beans. Wir haben gewonnen, legendäres Intermezzo bei YouTube zu sehen, dank dem Herrn Kaufmann, den Daniel Pog. Ich freue mich sehr, dass er auch mal wieder hier ist. Wir haben uns auch schon länger jetzt nicht mehr gesehen. Ich glaube, das letzte Mal mal bei einer Presseverführung durch Zufall in Köln. Da dachte ich erst, das kann nicht Daniel sein. Was ist denn mit dem passiert? Aber ja, aber in der Zeit ändern sich gewisse Sachen. Ich glaube, du hattest da, ich weiß nicht, hast du immer noch einen sehr starken Bartwuchs, Daniel? Was ist denn das hier für ein Beginn? Ich bin doch sehr verwundert, dass wir direkt über oberflächliche Äußerlichkeiten reden. Ich fühle mich schon wie eine Frau. Das Gefühl ist wirklich ekelhaft. Also mein Beileid an alle Frauen, die das jeden Tag in der U-Bahn erleiden müssen, so aufs Äußerliche reduziert zu werden. Ja, der Bart ist vielleicht etwas weniger wieder geworden, weil er dann zwischendurch doch mal hier bei Musterfarm Kotti geschnitten wurde. Aber, und das war jetzt auch überhaupt kein belöder Spruch, ist es wirklich Musterfarm Kotti gewesen, der heißt so. Also ich bin, ja, aber immer noch überzeugter Bartträger, damit man mich nicht endlich mit Mitte 30, beziehungsweise damit man mich endlich mit Mitte 30 nicht mehr für 15 hält. Die Stimme muss ja auch irgendwie konterkariert werden. Also hier bin ich. Ja, und dein Daniel-Schien-Podcast, den legendären, das war quasi unser Barbecue-Podcast, ne, Thomas, wo wir ein bisschen tiefer auch in die Flasche geschaut haben. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich habe den Podcast ewig nicht gehört. Ob man uns am Ende überhaupt noch verstanden hat. Aber, ja, das... Ich habe sehr leckeres Bier mitgebracht und das Essen war auch sehr lecker. Das stimmt, das stimmt. Und du sagtest gerade auch schon, du hast auch heute wieder ein Bier am Start. Wolltest du uns mitteilen, was das Podcast-Getränk deiner Wahl heute ist? Das ist natürlich ein Waldhaus, wie damals. Aber diesmal doch gut. Ah, okay. Ja? Okay. Wundert mich, da du ja morgen frei hast. Aber okay, ich nehme das mal so hin. Warum wird mir eigentlich immer solche Sachen unterstellt? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach. Ist das so? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das in deinem Bekanntenkreis häufiger der Fall ist. Also, wir haben das letzte Mal, wie gesagt, bei diesem legendären Podcast zusammengesprochen. Oder auf jeden Fall gepodcastet. Und, ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Und wie gesagt, Daniel kenne ich halt ja auch schon länger. Und ich kann mich halt auch an den, ich glaube, das war damals mein erster Area Games Podcast oder einer der ersten. Der wurde mir irgendwo mal empfohlen. Und dann bin ich da einfach mal, habe ich da einfach mal reingehört. Oh, tut mir leid, Daniel. Ich kann mich zu den alledemlich häusern. Ich fand schon ein Skandal, dass hier dieser Rocket Beans Auftritt direkt am Anfang, inklusive der Empfehlung, nochmal zu YouTube zu gehen, nochmal hervorgeholt wurde. Aber, ja, ich bin die 92. Area Games Folge, auf die die meisten Leute mich immer ansprechen, die ist ja auch von mir selbst inzwischen wieder in so einem Archiv in unserem letzten Sub-Reddit bei Reddit eben nochmal verlinkt und zum Runterladen verfügbar. Also, ich bin nicht so der Freund davon, die Geister der Vergangenheit auszuradieren und da irgendwie so eine, ja, du weißt schon, Revision zu betreiben. Äh, alles, alles ein Teil meines Lebens. Labt euch daran, lacht darüber. Lebt denn der alte Lokstädter noch? Ja, das ist ein Traum von mir, das ist ein Traum von mir, nochmal in so einen Lokstädter ranzukommen. Ich glaube, irgendein Zuhörer hatte kürzlich mal angedroht. Das war ich? Du warst das, achso. Haha. Das war ich? Ich bin noch Knack und Back auf Twitter. Ne, ich wusste nicht, dass Knack und Back das geschrieben hat. Ich verliere langsam den Überblick bei der ganzen Fanpost. Ja, du warst das. Ich wollte sagen, ein Traum, den ich schon länger habe, dass das nochmal mit dem Original-Lokstädter wiederholt werden könnte. Also, ich, also wenn das, ich habe dir geschrieben, äh, wenn du zur 300 Folge, äh, Area Games Reunion schaffst, kriegst du die Flasche. Auf jeden Fall. Ja, die Reunion, das ist ja das Blöde, das liegt halt nicht an mir. Das, ich habe schon jeden den Skip gefragt, äh, aber die Leute sind da leider alle inzwischen und so, also gerade so ein Alexander Kapphahn, ähm, der, glaube ich, damals auch gar nicht dabei war, ne, also bei dem 92. Ne, das war noch ganz Mez. Ja, aber... Aber den, der, der, der ist schon auf Twitter. Also, den könnte man, den könnte man, den könnte man dazu bringen. Also, auf jeden Fall, die, die bei war. Jan-Michael, du hast wieder die Moderation. Darf ich? Ja, stille, keiner will etwas sagen. Ja, ich wollte nur sagen, da jetzt eventuell einige Hörer überhaupt nicht wissen, wovon ihr beiden gerade sprecht, Daniel, du schickst mir auf jeden Fall nochmal den Link zu der Folge und dann verlinken wir das hier in den Shownotes und alle, die da mehr Einblick haben möchten, können dort gerne sich die Folge 92 mal anhören. Das sind so Sachen, die ich immer knallhart aus meinen eigenen Podcast rausschneide. Und diese Privatgesprächsanteile. Ja, du bist ja, gut, es gibt ja immer solche und solche Podcasts. Also, ich weiß, bei den Kollegen von Stay Forever wird, glaube ich, fast jeder zweite Satz wahrscheinlich beschnitten oder geschnitten, jedes äh, äh, äh und so weiter rausgenommen. Dann gibt's Podcasts, da wird gar nicht geschnitten. Ich bin eher der Typ, der schneidet auch recht wenig. Und ich glaube, bei dir, Daniel, wird doch schon wiederum deutlich mehr geschnitten. Mal schauen, was ich hier raus mache. Damit nicht wieder neuer Mythos entsteht, ähm, wird eigentlich fast gar nichts mehr geschnitten. Äh, ich war immer ein Verfechter von, es kommt darauf an, wie sich das Gespräch anfühlt und wie die Dynamik im Gespräch ist. Und das war auch beim letzten Podcast immer phasenweise. Es gab mal Zeiten, da haben wir uns richtig schwer getan, gutes, flüssiges Gespräch zu führen, wo relativ viel geschnitten wurde. Aber seit einer ganz langen Zeit ist es so, dass das Ding fast ungeschnitten online geht. Ja, sehr schön. Gut, ich würd sagen, genug des Vorgeplänkels und wir gehen mal ein bisschen in Medias Res. Und zwar, ich hatte es schon angedroht, wir fangen erstmal an, was wir denn so zuletzt gesehen haben. Und ich denke, die Herren haben nichts dagegen, wenn wir auch hier an der Stelle sagen, Franka, Ladies first, was hast du denn zuletzt gesehen? Ich sag sonst eigentlich mal gerne auch, egal ob Kino oder aus der Konserve oder halt aus dem Streaming-Bereich. Das Problem wird wohl eher sein, dass wahrscheinlich auch du schon länger nicht mehr im Kino warst, oder? Ja, ist korrekt. Ich war sicher schon seit einem halben Jahr nicht mehr im Kino oder vielleicht sogar noch vor dem Lockdown. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wenn ich ehrlich bin. Bin aber, also bin eigentlich schon ein, also vor Corona-Zeiten, ja, ein Kinogänger. Also ich gehe zwar nicht jetzt jede Woche, aber durchaus, ich weiß nicht, zweimal, zwei bis dreimal im Monat. Also, ja, hat sich jetzt leider nichts wirklich ergeben. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die Kinos überhaupt wieder aufgesperrt haben, wenn ich ehrlich bin, aber gut, dass du mich erinnerst. Ich bin auch froh, dass du gesagt hast, dass das nicht die neuesten Filme, und das kann auch was Ausgegrabenes sein, weil ich habe tatsächlich in der letzten Zeit eher Sachen geguckt, die älter sind. Wenn ich jetzt sage, älter, meine ich jetzt nicht sehr, sehr alt, sondern einfach nur in den letzten paar Jahren, ja. Und ich bin auch eher jetzt zur Zeit ein Serien-Stream-Watcher als ein Movie-Watcher. Ich habe von beiden jedoch was mitgebracht. Und zwar das, was ich gerade aktuell schaue, wo ich gerade mittendrin bin in der zweiten Season, ist Dirk Gently. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe es geguckt. Ja, ich finde es auch ganz witzig. Ich finde es sehr leicht. Ich suche manchmal einfach nach leichten Dingen, nicht so nach düsteren. Ich schaue nämlich auch, also das ist das Gegenteil. Aber ich finde die Serie eigentlich ziemlich leicht und verrückt und ein bisschen anders. Ich glaube allerdings, sie haben dann nach der zweiten Staffel das eingestellt. Ich bin aber erst in der Mitte von der zweiten Staffel. Dementsprechend weiß ich noch nicht, wie es weitergeht. Also da kann ich dir kurz die Info geben, dass der Showrunner und auch Autor, der das adaptiert hat, glaube ich, von einem Ursprungsstoff, der hatte kurz oder ich glaube schon zum Start der zweiten Staffel ziemlich viele Anschuldigungen gegen sich, so ein bisschen mit MeToo verbunden und ein paar anderen Sachen. Das war ja Max Landis, der Sohn von John Landis. Und halt irgendwelche Storys über ihn, dass er so ein unangenehmer Mensch privat gewesen sein soll. Keine Ahnung, ich habe das nicht mehr so ganz im Kopf, aber aufgrund dessen ging es dann mit Dirk Gently nicht mehr weiter, obwohl eigentlich mal eine dritte Staffel geplant war. Und jetzt ist es einfach so, man hat nie mehr davon gehört, aber er wurde de facto bis, glaube ich, jetzt gerade immer noch gecancelt, aber so soft, dass man es nicht richtig so gesagt hat, aber er ist halt plötzlich nicht mehr am Start gewesen irgendwo. Und bevor das alles rauskam, war er halt einer der Hollywood-Hotshots, gerade als Drehbuchautor und sollte auch offiziell ein American Werewolf-Reboot oder Remake machen, also von seinem Vater quasi das Alte selber dann neu machen. Und auch das ist, glaube ich, inzwischen komplett auseinandergefallen, ohne dass es offiziell verkündigt wurde. Aber mit leicht, wegen Dirk Gently. Leicht meinst du vom Ton her? Ich meine nicht so düster, dark. Genau, genau. Ja, vom Ton her. Es ist ja schon eine komplexe Serie, wo man echt manchmal Probleme hat zu folgen, weil das halt so abgedreht ist und so viel von der Handlung her erst am Schluss dann immer zusammenläuft. Oder wie fandst du das? Ja, es ist abgedreht, aber ich bin es gewohnt schon, diese, wie soll ich sagen, Time-Travel oder Time, keine Ahnung, wie man das nennt, Serien und Filme zu schauen, wo halt die ganzen Zeitachsen irgendwie verknüpft sind und alles ist verwoben und was weiß ich, was alles. Bin ja schon gewohnt. Das heißt, Folgen, das passt eigentlich. Ich finde es halt sehr abgedreht. Ich finde es ein bisschen anders als andere Serien, die ich bis jetzt gesehen habe. weil es ist schon, es ist sehr bunt. Ja, die Charaktere, finde ich, sind sehr abwechslungsreich, sehr kreativ gestaltet. Die ganzen Schlagabtäusche, Tausche, was sagt man das? Was ist denn das? Tauschen. Das ist das Tor vom Schlagabtausch. Die Schlagabtäuschungen. Ja, wie auch immer, die finde ich super lustig. Auch den Eliawood, aka Frodo, finde ich lustig besetzt und so. Ich finde eigentlich alle besetzt und genauso viel, eigentlich alles ziemlich abgerundet und ziemlich bunt und hat mich sehr erheitert, dass du zu schauen, Entschuldigung, ich spreche halb Englisch. Aber es hat mich sehr erheitert. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, obwohl ich jetzt noch nicht ganz durch bin, aber ich finde es eigentlich eine sehr coole Serie. lustigerweise, wie bin ich auf diese Serie gekommen? Ich habe einen Nein-Gag-Post gefunden über diese Serie und da dachte ich mir, was ist denn das? Und dann, ja, da habe ich es gegoogelt und dann machte ich Chancen einfach an und ja, hat sich ausgezahlt, fand ich lustig. Cool. Ich finde auch gerade was... Ja? Thomas, du bist dran. Nee, 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 ich kenne Dirk Chantley vom Namen, aber ich habe das noch nie gesehen. Ich weiß auch überhaupt nicht, um was es in dieser Serie geht. Ich weiß nicht mal, wo die läuft. Also ich, ja, gut, dass du es ansprichst, also wo sie läuft. Ich schaue es jetzt auf Netflix. Netflix, das war auch, glaube ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es war sogar eine Netflix-Produktion von vornherein. Und ich wollte noch dazu sagen, vom Humor und Ton noch ein bisschen der Verrücktheit der Geschichte ist es sehr vergleichbar mit sowas wie Per Anhalter durch die Galaxis. Okay. Ja, es geht so, also Thomas, nur dass du weißt, also generell das Publikum vielleicht, du weißt, um was es geht, ganz, ganz oberflächlich. Es geht um einen Herrn, der heißt Dirk Chantley und der ist so ein holistischer Detektiv. Ich frage jetzt nicht, was das ist. Und der taucht so ganz plötzlich in Eliawoods, wie heißt der Todd? Heißt der Todd in der Serie? Weiß ich gar nicht mehr. Aber der taucht in dem Leben von Todd eben auf und stellt das komplette Leben auf den Kopf. Und ja, die schließen sich dann zusammen und lösen einen Fall, sagen wir mal so. Und ja, das ist ein sehr ungewöhnlicher Fall, würde ich mal sagen, mit ganz ungewöhnlichen Situationen. Und ja, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Es ist ganz lustig und ganz nett. Und es ist halt auch so ein bisschen, es spielt zwar auf der Erde, aber interdimensionales Science-Fiction-Elemente und Fantasy-Aspekte reingewoben. Vielleicht auch so ein bisschen Doctor Who-mäßig von der Art und Weise her. Ja, ist ein guter Vergleich. Ich gucke gerade auf Google. Absolut Doctor Who. Damit kann ich halt überhaupt nichts anfangen. Ich weiß es nicht. Ich übrigens auch nicht. Habe ich nie richtig geguckt. Aber Dirk Gently fand ich super. Vor allem, wie schon vollkommen richtig alles, kann ich mir eigentlich nur anschließen, so richtig toll geschrieben. Also, dass die Dialoge an sich auch schon so viel Spaß machen, dass das schon guckenswert ist deswegen. Ja, finde ich auch. Also, auf jeden Fall eine Empfehlung. Auch für dich, Thomas. Ich glaube, das ist eine gute Serie für dich. Ich glaube, das wird dir Spaß machen. Und ich würde mich auch interessieren. Echt, ey, Thomas. Ja, wie es dir gefällt. Aber echt, Thomas. Du immer mit deinen Zickereien, Thomas. Nie willst du was gucken, ey. Das stimmt doch gar nicht. Da mal eben reingegrätscht. Gerade für mich und Thomas, die die Serie nur vom Namen her kennen. Weil ich muss gestehen, ist mir leider auch noch nicht direkt vor mir gekommen, dass ich das gesehen habe. Eine Frage. Ihr sagtet gerade, die wurde nach zwei Staffeln dann quasi eingestellt. Hat es denn wenigstens ein rundes Ende oder endet die mit dem Cliffhanger? Kann ich nicht sagen. Bin in der Mitte der zweiten Staffel, aber Daniel? Naja, also das ist halt so eine Art von Serie. Ich würde schon sagen, der Punkt der jeweiligen Staffel ist auch bei der zweiten wieder abgeschlossen. Aber dennoch ist es, es fühlt sich nicht an wie so ein richtiges Abschlussfinale in dem Sinne. Also ich will aber jetzt auch nicht spoilern, ist das Blöde. Nee, aber ein Cliffhanger wäre ja wirklich so ein richtig offenes Ende. Also dass man da einen Cut macht an der Stelle, wo es definitiv weitergehen müsste. Das ist halt der Punkt. Wenn du sagst, es endet halt, dass man so eigentlich darauf direkt weitermachen könnte. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da unbefriedigt zurückgelassen wird. Dann wäre das immer noch ein Punkt, wo ich sagen würde, ja, dann gucke ich sie mir halt an. Aber mit so einem Cliffhanger-Ende und dann kommt nichts mehr, ist meistens sehr unschön. Ja, nee, also kann man auf jeden Fall als die zwei Staffeln einfach gucken und dann happy sein. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich meine, da es ja auch bei Netflix auch lief, ich glaube, weil die Serie auch wirklich schon sehr speziell auf eine gewisse Art ist. Ich glaube, dass es nicht so ganz massenpublikumstauglich wie die Hit-Serien wie Stranger Things oder so bei Netflix, diese absoluten Hit-Serien. Und dass die da schon von Anfang an so gedacht haben, wir machen das wirklich Season für Season und gucken, ob es genug Zuschauer gibt. Und könnten aber jedes Mal auch danach aufhören. Und dass da nicht so langfristig gedacht ist, die Geschichte ist auf drei, vier, fünf Seasons ausgelegt. Ja, dass sie halt immer geguckt haben. Haben es wieder genug geguckt? Ja, es ist ja auch keine Netflix-Produktion in dem Sinne. Die haben, glaube ich, nur die Veröffentlichungsrechte, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, BBC America, von daher, da kommt vielleicht auch wieder dieser Aspekt von Doctor Who, wenn ich BBC höre. Aber ja, ich bin auch irgendwann bei Doctor Who ausgestiegen. Und das wäre jetzt für mich aber kein Argument, dann die Serie nicht zu sehen, nur weil sie vielleicht so ein bisschen die Vibes von Doctor Who präsentieren. Oder ja, das passt schon. We live in a day and age where you can watch whatever you want, wherever you want, on whichever platform you want. Und das ist halt wirklich kein Commitment mehr, wenn man so ansatzweise von einer Serie hört, die irgendwann mal fünf Minuten reinzugucken und festzustellen, ob das das für einen ist oder nicht. Also heutzutage, ja, selbst wenn alle Leute sagen, das ist identisch wie Doctor Who, selbst dann solltest du mindestens eine Minute reingucken. Ja, klar. Weil es dich nichts kostet. Frank, du sagtest gerade, du warst schon länger nicht im Kino. Weißt du denn noch zufälligerweise, in welchem Film du zuletzt warst? Ist gemein, ne? Oh mein Gott, ich glaube, hm. Gute Frage. Ja, ist gemein, das ist jetzt zu lange her. Ich bin mir nicht mal sicher. Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, dass einer der letzten, nur ganz kurz, einer der letzten Filme, aber das war jetzt nicht der allerletzte, war glaube ich Frozen 2, weil ich mit meiner kleinen Cousine das geschaut habe. Kann das sein? War das letztes, letzten Winter? Könnte hinkommen, ja. Aber das war nicht der allerletzte. Ich weiß nicht, was der allerletzte war. Star Wars. Ja, die musste ich mir immer anschauen, weil unsere Firma immer einen Kinoabend gemacht hat, wenn ein Star Wars-Tel rauskam, aber das ist jetzt nicht freiwillig. Ja. Das ist ein sehr regelmäßiger Kinoabend. Immer wenn Star Wars rauskommt. Zwischendurch hat man immer so eine 30 Jahre Pause. Ja, aber es sind ja schon relativ, äh, recently, also in den letzten Jahren sind ja schon einige Star Wars-Teile raus, ja. Ja, und sonst guckt man Mandalorian einfach im Kino, ne? Wollen wir durchrotieren, oder soll ich noch? Ich hab noch eine parat. Wollen wir durchrotieren und kommen wir später? Mach erst. Nee, mach erst, sonst kommen wir nachher noch hier noch durcheinander. Mach mal. Alles klar. Ja, 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 wollt nur wissen nicht, dass ihr ja schon die, die Nase voll habt. Aber ich hab noch eine TV-Serie, ähm, die ist jetzt auch nicht, äh, die superaktuellste, aber ich hab mir alle fünf, ähm, Seasons auf einmal angesehen, weil ich hab so einen Suchtfaktor entdeckt. Ähm, und zwar ist das Peaky Blinders. Äh, vielleicht kennt ihr das auch. Ähm. Ja. Hat mir auch sehr gut gefallen. By the way, auf Netflix auch, äh, verfügbar. Ähm, mir war das gar, witzigerweise auch nicht bekannt. Äh, ein, äh, Bekannter hat mir gesagt, dass er das grad schaut und dass das halt, ja, so, so gut ist und so weiter. Und dann hab ich gesagt, okay, schau ich mir das mal an. Und war dann, ähm, komplett drinnen, ähm, in, 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 ich hab mir wirklich, äh, so, die ganzen fünf Seasons in einer sehr kurzen Zeitraum angeschaut, weil es mir wirklich gut gefallen hat. Aber es wird sehr, sehr düster auch, ähm, vor allem die letzten, vor allem die letzte Staffel auch. Also, es, es fängt, es ist immer irgendwie so ein bisschen dark, ein bisschen düster, aber gerade zum Ende hin ist es schon, äh, wird es schon immer, immer brutaler. Ich find's eigentlich ziemlich cool. Ähm, sehr, sehr gute Serie. Wer hat's von euch gesehen? Nur damit ich weiß, ähm, hat's von euch jemand gesehen? Nope. Bin ich auch raus. Absolut. Wollte ich schon immer gucken. Er ist ja mit Cillian Murphy und ich glaube, einige Leute haben mir das empfohlen, dass es richtig gut wäre. Genau. Also, genau. Also, auch die, die Hauptbesetzung, ähm, der Mr. Murphy, ähm, es, äh, könnte nicht besser sein, in meinen Augen. Auch sein Bruder, ähm, spielt wirklich, ähm, spielt wirklich, ähm, also, äh, ein Top, ein Doppel, ein Doppelagent. Nein, Spaß. Also, die spielen wirklich super. Ähm, ich find, äh, was sehr, sehr gut ist, äh, auch an der Serie ist, ähm, das ganze Setup. Sie geben wirklich, also, die ganzen, also, die ganzen, auf jeden Fall auf Englisch schauen, kann ich empfehlen. Ähm, das gibt es richtig wieder. Auch die ganzen Akzente und das ganze, ähm, ja, ja, Flair und alles. Also, ein, ein Traum. Um was es geht, wahrscheinlich wird, ähm, ähm, Thomas gleich fragen. Es geht um eine Gang in Birmingham und, ja, die, ähm, macht ihr, ihr, ihr Geld mit, ähm, Wettgeschäften und, ähm, mit, ich glaub, dann Pferdewetten am Anfang noch. Ich bin jetzt schon so am Ende bei der fünften Season. Ich weiß gar nicht mehr, was die angefangen haben. 1919, ähm, ungefähr. Also, so, nach dem Ersten Weltkrieg. 1919 war vor dem Ersten Weltkrieg, glaub ich. Nein, nein, der Erste Weltkrieg wird bis 18 und danach spielt's. Also, so, nach dem Krieg. Ja, stimmt, da war er zu Ende. Ja, super dumm. Nee, kein Thema. Nee, mach dir nichts. Du, ich hab mich richtig geschämt für dich gerade. Nee, da ist das drin. Ich mag das, wenn man sich richtig schämt, wenn einer was im Podcast sagt. Ich bin oft mit dem Urheber von sowas. Ich glaub, was würde ich sagen, ist kein Thema. Nee, aber es spielt, es spielt nach dem Ersten Weltkrieg, ähm, bevor dem Zweiten, so in dem Fenster 1919 bis, ich weiß nicht, 27, 28, vielleicht Anfang 30, ich weiß gar nicht, wie weit das hineingeht, aber so, ähm, ja, nach dem Ersten Weltkrieg, das ist, ähm, gibt es wirklich, das gibt es wirklich gut wieder. Auch, ähm, die Leute in England, die vom Krieg zurück sind und ihre Traumas haben und, ähm, ja, also, wirklich, äh, sehr mitreißend, ähm, ziemlich düster und, ähm, finde, ähm, die, die Besetzung auch einfach grandios. Ganze, ganze Stimmung eigentlich. Und, ähm, ja, ich würde zum Beispiel auf Englisch beschreiben. Der Vollständigkeit halber, Staffel 6 soll, sollte eigentlich dieses Jahr schon kommen, äh, man geht aber eher durch Corona-bedingt natürlich, ähm. von nächstes Jahr aus, dass es dann Staffel 6 geben wird. Also, die Serie ist noch nicht zu Ende, das, äh, wollte ich nur noch mal kurz erwähnen. Mhm. Ja, äh, Ende hat auch kein richtiges Ende jetzt, also, dass die letzte Folge, ähm, die lässt vermuten, dass es weitergeht und es geht auch weiter, ja. Ich denke auch nächstes Jahr dann. Genau. Mhm. Ja, sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank, Franke. Gar nicht so die, böse gesagt, Mainstream-Serien, die, die wir momentan wahrscheinlich fast alle gucken, die ich dann gleich erwähnen werde. Aber umso besser. Ja, extra, extra. Ich habe mir was rausgesucht, was ich schaue, was ein bisschen niche-mäßig ist, weil nur Mainstream schaue ich auch nicht. Ja, mega, mega gut mit Dirk Gently. Ich habe mich richtig gefreut, das zu hören, weil das echt so eine Serie ist, die ich ultra liebe, wo ich mich auch selber immer in den Arsch beiße, dass ich da nie einen Podcast drüber aufgenommen habe. Was ich vorhatte, als die zweite Staffel rauskam und dann aus irgendeinem Grund verschludert habe. Und, ähm, ich, ich, äh, bin immer traurig, dass wirklich so wenig Leute die Serie überhaupt kennen. Und, ähm, das hat sie echt nicht verdient, weil sie mega, mega geil ist. Ja. Ja. Also, Respekt an dich. Also, ich bin wirklich super hin und weg. Ach so, äh, okay. Äh, dann muss ich mir auch nochmal ein bisschen was aufschreiben. Ja, ja, jetzt, jetzt will Thomas von den Zug aufbauen hier. Ja, wunderbar. Ja, vielen lieben Dank. Daniel, kein Mobbing hier, ja. Nur weil ich es nicht gesehen habe. Bitte irgendeine Serie, die vor oder nach dem Zweiten Weltkrieg spielt. Ja, ja, ist in Ordnung. Ihr kennt doch 1917, ne? Also, den Film. Ja, ja. Zur Orientierungshilfe. Oder Wonder Woman. Jetzt wird gebraucht, ja. Wonder Woman. Wonder Woman, auch gut, ja, richtig. Ähm, ja, apropos Wonder Woman, vielen Dank, Franka. Ähm, sehr gerne. Und an der Stelle kann jetzt Thomas richtig auftrumpfen. Und ich würde Thomas, äh, als nächstes bitten, uns doch zu erzählen, was hast du zuletzt gesehen? Und gerne auch vielleicht eine Anekdote, wann warst du das letzte Mal im Kino? Zum letzten Mal im Kino war ich in Star Wars Episode 9. Ja, mit Frankas Firma? Ja. Ganz sicher nicht. Wäre aber lustig. Nein, freiwillig. Fetisch, ja. Ich muss, ich muss ja irgendwie gucken, ne, ich muss ja irgendwie gucken, wie das Elend zu Ende geht. Danke, dass du das sagst. Sehr befriedigend. Und, äh, das soll jetzt kein Bashing sein, aber es war halt nix. Ähm, gut, wie lange habe ich jetzt nochmal gepodcast? Äh, das ist longer sechs Jahre her, da kamen drei Star Wars Filme, äh, in der Saga, da kamen, äh, Rogue One und, und, und Solo. Und, äh, seit ich diese Filme gesehen habe, habe ich absolut keine Emotionen mehr für Star Wars. Und, äh, Mandalorian hat's noch ein bisschen gerettet, aber auch nicht viel. Also, ich feiere die Serie jetzt nicht ab, sie hat mir sehr, sehr gut gefallen, aber ich feiere sie jetzt auch nicht, äh, wahnsinnig ab. Ähm, und, äh, ja, das war mein letzter Film im Kino, damals noch. Äh, als man noch, äh, gechillt ins Kino gehen durfte. Ja, also, für mich war auch vor allem Rogue One dann, äh, überraschenderweise jetzt so in der, in der Nachbetrachtung doch der, der coolste Film. Also, mir hat Rogue One da noch am besten gefallen von den Filmen, die jetzt unter Disney rausgekommen sind. Da haben wir übrigens, äh, eine letzte Filmkritik aufgenommen zu, Jan-Michael, wir haben ja gemeinsam da, äh, eine Filmkritik aufgenommen zu dem Rogue One. Ja, es ist, ja, richtig, ist schon, auch schon wieder lange her. Ja, neben Sense8 hatten wir das auch, richtig, ja. Also, absolut, und ich weiß gar nicht, wie wir damals über den Film gesprochen haben, ob, äh, ja, wahrscheinlich so Mittelmaß, würde ich jetzt so spontan vermuten. Aber, wie gesagt, jetzt gerade in der Nachbetrachtung gewinnt er doch an Qualität, wenn man sich dann die anderen Filme anschaut, ne? Das ist schon krass. Ja, das ist das kleinste Elend in der Kette, äh, sag ich mal. Aber, äh, ich möchte jetzt nicht auf Star Wars bashen. Äh, ich hab den Trailer, äh, zu der neuen Mandalorian-Staffel gesehen und ich hab da irgendwie schon Bock drauf. Weil ich hab irgendwie das Gefühl, das könnt's noch reißen. Das könnt noch so ein bisschen, dass das alte Star Wars Herz, das sehr verletzt wurde, äh, äh, könnt's nochmal hochhalten. Ähm, ja, das war mein letzter Kino. Was hab ich, was hab ich zuletzt gesehen? Nein, also, äh, Bill und Ted sprechen wir nachher noch drüber. Ne, machen wir gleich. Oder? Filmen wir alle drei zusammen. Ja, machen wir gleich. Ähm, ähm, bleiben wir auch mal bei Serien. Ähm, The Boys, Staffel 2. Wer guckt's? Hier. Ich nicht. Ich hab's nicht gesehen. Ja, okay, Daniel kann nix sagen. Er ist nämlich immer da. Ähm, also. Schieß los. Ich find die Staffel so krass. Weil das, weil das ein unfassbar fuck-up ist, äh, äh, was mit Superhelden machen. Ich hab die erste Staffel schon geliebt. Die zweite Staffel lieb ich auch, weil die Schauspieler so geil sind. Weil sie so krass ecken und, und, weil das Superhelden sind, die aber Probleme haben, wie, äh, die letzten Kinder auf dem Schulhof. Muss man, muss man ehrlich mal sagen, ähm, alles an dieser Serie, ich weiß nicht, wie weit seid ihr? Seid ihr aktuell? Ich bin aktuell, ja. Aber du, wir müssen jetzt ja nicht zu tief jetzt spoilern, weil ich weiß natürlich nicht, wie es mit unseren Kindern aussieht. Ich hab's nicht gesehen, aber mich stört's nicht, wenn ihr mich da spoilert. Also, da ist meine, bei der Serie ist meine Grenze ziemlich ein Niedrig. Oh, okay, du magst den nicht. Ich weiß nicht, du warst nicht auf meiner Liste, aber ich glaub, der Spoiler wäre jetzt da nicht so schlimm aus wie bei Serien, die ich wirklich sehr, sehr ernst nehme. Ja, das ist eine Superhelden-Serie, aber die ist sehr, sehr gut gemacht. Die hat ein wahnsinniges, äh, die Schauspieler sind, sind geil Homelander. Ist, ist einfach, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ich weiß nicht, wie er's macht, aber irgendwie, die Serie ist so abgefuckt, hart, äh, dass sie irgendwie Spaß macht. Kannst du's empfehlen? Also würdest du sagen, auf jeden Fall anschauen, weil dann hau ich's noch auf meiner Liste drauf. Ja, gibt's auf, gibt's auf Amazon. Crime, ne? Also, wer, wer, wer auf Sex und Gewalt steht und, äh, gerne auch mal mag, wenn, äh, wenn, ähm, ja, wenn da Köpfe weggesplattert werden und, und, und. Also, es ist schon sehr hart, aber, dass das gerade ausgerechnet auf das Superhelden-Genre geht, ist das, ist das schon sehr geil. Ja, vor allem der, der, äh, du bist schon der aktuellen, du bist ja aktuell dabei, oder? Äh, Jan? Ja, richtig, ich bin aktuell, ja. Hallo? Ja, äh, der, der 20-Meter-Penis ist halt schon. Ja, das kam dir bekannt vor, ne? Also manchmal, manchmal denke ich, naja, ja, sie übertreiben's halt hart. Was, 20 Meter ist ja nicht übertrieben, Standard. Ja, das ist halt, das ist halt, das ist halt eine Superkraft, äh, dass jemand 20-Meter-Penis hat, ja, so. Das ist ein Scherz, oder? Thomas, ich sag mir, dass das ein Spaß ist. Oh Gott. Leider kein Spaß, aber er war, er war, er war, er war weggesperrt in der Ehreanstalt. Das Ganze beruht auch auf dem Comic, ne? Also es ist eine Comic-Verfilmung und, äh, was aber die meisten gar nicht kannten oder wahrscheinlich nur die wenigsten kennen diese Comics. Und du hast halt eine Superhelden-Gruppe, die, die Seven, so ein bisschen wie die Justice League, die aber, äh, eine Firma hat im Hintergrund, die die ganzen, die das Ganze so ein bisschen steuert und, ähm, die, die natürlich in der Öffentlichkeit versucht, gut darzustellen, auch über Instagram und Co., aber im Endeffekt wollen die nur ihr eigenes Ziel, oder ihre eigenen Ziele erreichen und gehen da auch im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen. Also eine Flugzeugszene, erste Staffel. Ja, also komplett kommerzialisiert, ja, komplett kommerzialisiert, also, äh, der Superman, äh, heißt hier Homelander, äh, der, äh, ist halt ein narzisstisches Arschloch, äh, der wirklich über Leichen geht und, und, äh, Aquaman, der, äh, in dem Film halt Dieb heißt, der wird halt von allen gemobbt. Aber halt wirklich aufs Übelste gemobbt. Das ist so unfassbar. Ähm, deswegen finde ich The Boys, ähm, meine Schammer finde ich sehr, sehr gut. Ja, sie fängt aber langsam an, ne? Also ich finde, die steigert sich von Folge zu Folge die zweite Staffel. Oder seht ihr das anders? Ja, 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 absolut durch die neue Figur Stormwind. Äh, Storm, äh, ja, Stormfront. Ähm, da, da steigert sich's langsam. Es ist, äh, die Staffel ist ja noch nicht vorbei. Ich weiß ja jetzt auch nicht, wie's, wie's Staffelfinale sein wird. Ich denk, da kommt was Großes. Da sagst du nicht, der Penis ist. Äh. Das heißt, es ist noch nicht draußen, oder du hast es noch nicht gesehen? Ne, das wird wöchentlich, äh, raus. Ah, das ist noch so aktuell. Oh, okay, okay. Ja, das ist ja so die aktuelle Serie. Ja? Ich möchte mal sagen, ähm, ich hab die erste Staffel auch gerne gesehen, aber waren die da nicht so gehypt wie die meisten anderen, weil ich diese Boys, diese, diese Gegengruppe, die in der ersten Staffel noch viel mehr im Fokus stand, eher blöd und langweilig fand, gerade weil ich immer, also ich wollte immer hauptsächlich Homelander sein. Das ist für mich eigentlich der Kern der Serie, warum ich das gucke. Ich finde einfach nur geil, super interessant und den Schauspieler auch alles. Aber, aber halt diese, diese Boys, das Konzept, dass die irgendeine Chance haben, auch nur irgendeine ihrer Aktionen durchzuziehen, ist für mich halt so weit hergeholt in diesem, in dieser Welt, die da gezeigt wird. Die sind so unterlegen, dass ich immer das, also so forciert, ja, Plot-Armor-mäßig halt empfinde, wenn die irgendwelche Erfolge erringen und ich finde die Figuren auch halt alle, die geben mir nix. Aber in der zweiten Staffel habe ich das Gefühl, dass der Fokus jetzt so krass halt eher bei den Seven ist und vor allem halt auf Homelander, dass ich das jetzt viel interessanter und unterhaltsamer finde und halt, dass viel mehr das ist, was ich sehen will von The Boys. Obwohl die Serie halt so heißt wie das, was ich eigentlich an der Serie nicht so gelungen finde. Vielleicht passieren es die Macher ja auch, weißt du, dass du dich lieber am Elend ergötst, wie anstatt die, die wirklich dafür kämpfen, dass die eigentlich alle weg sind. Ich glaube, dass Homelander ist ja so eine Version von so einem Superman, die man selber angesichts unserer Welt, wie wir sie kennen, als realistischer empfindet als den echten Superman. Und ich glaube, diese ganze Gruppe von den Boys, das sind halt irgendwie so in Anführungszeichen normalos, wie man sie meistens in solchen Filmen oder Serien halt hat. Also die haben nicht dieses Besondere, was ich noch nicht woanders gesehen habe. Und deswegen, die kommen mir so banal vor und Homelander ist sowas, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich sehe da was Originelles. Ich ergötze mich noch nicht mal an irgendwelchem Leid und Elend, sondern ich finde einfach nur geil, dass einer oder eine Figur in der Serie mal all das macht, was die anderen nicht gemacht haben. Und das finde ich cool. Ja gut, aber du sagst ja gerade so, das sind ja einfach, die einen sind super und die anderen sind normal. Ja, aber die haben keine, die können nichts machen, aber die Serie versucht haben, sie die ganze Zeit zu verkaufen, dass sie da irgendwie was reißen könnten, diese uninteressanten normalos. Ja, einen haben sie gekriegt, insofern. Ja, nee, also in den Comics ist es ja so, dass die Boys nachher auch wohl Kräfte oder kriegen oder haben, so habe ich das so ein bisschen mitbekommen. Und sie haben ja jetzt auch schon, ich sag mal vorsichtig, sie kriegen langsam Verstärkung auch in der zweiten Staffel. Und ich finde natürlich von den The Boys ist immer noch Jack Quaid, der Sohn von Dennis Quaid, Dennis Quaid? Ja, von die Reise ins Ich und so, genau, und Mc Ryan. Den finde ich halt sehr, sehr cool, seine Rolle und wie er das macht und natürlich Pille, Karl Urban oder Urban, der spielt halt auch eine super Rolle. Also die gucke ich mir schon gerne an, aber du hast recht, ansonsten so auch diese Konstellation mit der, mit der asiatischen Dame oder so, oder mit dem Franzosen, das ist jetzt nicht so mein Thema. Da denke ich mir auch immer, ja, komm, vorbei, ich will wieder eher die Seven sehen oder, wie du gerade auch schon sagtest, vor allem Homelander bin ich auch absolut dabei. Und nach Staffel 1 werden die Macher das sicherlich auch gemerkt haben, was gut ankommt oder was am besten bei der Serie ankommt und dementsprechend genau da wahrscheinlich dann auch den Hebel bei Staffel 2 angelegt haben. Slide anderer Szenen, ja, da ist eine dabei, ich hab's schon gemerkt. Nein, nein, ich find's vielmehr, wie diese absolute Macht, wie die so wieder, wie bei Herr der Ringe halt irgendwie so korrumpiert, aber, aber, weil man's halt kann, so, man hat, er hat halt eigentlich immer, er realisiert immer mehr, aber was ist, wenn ich mich doch nicht an diese letzten Regeln halte, die ich noch habe und natürlich müsste ich die Serie dann immer was einfallen lassen, dann doch ihm auch Barrieren irgendwie zu geben. und Probleme zu bereiten, aber, äh, allein, dass die jetzt auch einfach schon so Superhelden mäßig rumvögeln untereinander und so. Ja, ja, sie geben den, sie geben den Superhelden was Menschliches, weißt du? Aber weil sie halt auch so unzerstörbar sind, können die dann die härtesten Sadomaso-Sachen machen und die meisten Menschen würden das in echt halt auch machen, wenn sie diese Kräfte hätten. Absolut. Das ist so ehrlich halt. Platz die dann oder was passiert dann, ne? Also, die Thematik gab's ja immer wieder oder es gab, äh, den, äh, Brightburn oder Blackburn, den Film, der war jetzt nicht gut, aber die Idee war auch cool. Genau, die Idee war ja auch cool. Was ist, wenn der junge Superman quasi auf der Erde kommt, aber sich negativ entwickelt? Oder in den Comics gab's ja auch mal, was ist, wenn Superman bei den Russen groß wird? Und, und, und. Also, die Ideen gab's schon immer mal, nur sie wurden noch nie so cool umgesetzt. Ja, voll, bei, bei, bei Brightburn war das blöde halt, ach, ich will das jetzt auch für niemanden spoilern, aber der Grund, warum er letztendlich böse ist, ist ja leider nicht gewesen, dass er sich so entwickelt hat oder dass er irgendwie von den Menschen was Falsches gelernt hat oder irgendwie sowas, sondern da wurde er ja dann irgendwie so mitten im Film ein anderer Grund enthüllt und das war dann so, ach so, okay, naja, das ist billig. Das nimmt gerade die Würze raus. Und selbst bei Superman, in Anführungsstrichen beim Original, haben sie es mit rotem Kryptonit immer mal versucht, dass er durch rotes Kryptonit quasi böse wurde und ich glaube in Supermans 3 mit Christopher Reeve damals, da hat er sich dann sogar geteilt und dann hat er böse gegen den guten Superman gekämpft. Aber das sind immer diese Ausreden, das sind diese Ausreden, dass es immer so einen externen Grund gibt, der ist ja nicht er selbst gewesen, aber einfach mal so zu sagen, oh, aber ich meine, nicht mal Watchmen hat es so, gemacht wie jetzt The Boys zu sagen, was ist denn, wenn diese Kräfte hauptsächlich Leute kriegen würden, die es halt in der echten Welt auch gibt, die halt eben so narzisstisch sind, die Vergewaltiger sind oder die vielleicht auch mal vorher normale Leute waren, die aber dadurch, dass sie diese Kräfte plötzlich hatten, dann so geworden sind. Wie gesagt, davon auch korrumpiert wurden plötzlich, ich kann halt eben alles machen, ich kann alles ausleben, ich muss mich an Grenzen nicht mehr halten. Das Interessante, dass es ganz ehrlich so ist, dass es nicht irgendwie so ein Kryptonit ist, was sie dazu verführt oder ihren Willen robt, sie haben alle ihren Willen noch und entscheiden sich aktiv dazu, diese Dinge zu tun. Das ist das Interessante. Also ich finde auch interessant, auf das Staffelfinale kommt, glaube ich, am Freitag, glaube ich, nur acht Folgen. Was sind es zehn? Nee, ich glaube, du hast recht, es müsste eigentlich, glaube ich, Staffelfinale kommen, ja. Ja, ähm, da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, ansonsten habe ich noch geguckt, ähm, Cobra Kai. Anyone? Ja, ich, 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 ich. Muss ich nachholen, aber es ist mir schon vielerorts um die Ohren geworfen worden, dass es eigentlich so ein Pflichtguck ist. Nee, es war, es ist, es ist ja, es war ja ein YouTube Original. Ja. Da hat es halt keiner geguckt. Es ist eine Sony-Produktion und die haben es an YouTube verkauft und YouTube hat das dann unter seinem Label YouTube Red oder so, dieses Abo-Modell halt, äh, online gestellt. Genau. Ich weiß, das hat mir schon vor anderthalb Jahren einer meiner Hörer, der Olli, äh, empfohlen. Und ich habe es immer dann beiseite gelegt und dachte mir, ja, wird wahrscheinlich, gerade weil der Name YouTube dran steht, ah, das ist ja wahrscheinlich irgendwie so eine Hobby-Produktion, was interessiert mich. Und muss leider, äh, oder muss, muss ihm zugestehen, das war ein super Tipp damals, ähm, ich habe es dann jetzt auch leider erst bei Netflix so richtig gesehen und habe es bereut, das nicht vorher gesehen zu haben und geht ja gerade auch medial und generell auch, äh, bei Netflix so ein bisschen durch die Decke. Ja, äh, Cobra Kai, ich habe jetzt leider nur die erste Staffel gesehen, zweite Staffel bin ich noch dran, aber die erste Staffel habe ich eigentlich komplett, äh, gebinght. Vor allem, äh, wenn du halt ein Kind der 80er, 90er bist, äh, und, und Karate-Kit damals geliebt hast und, und deswegen unbedingt Karate-Unterricht wolltest, ähm, ist das, äh, äh. Ich bin damals, so eine Art, was wäre wenn? Ja, ich bin damals zum Judo gegangen, also, äh, bei uns gab's hier, äh, Provinz halt, gab's keine Karate, da dachte ich mir, ja, was kann ich denn dann machen, was in die Richtung geht? Und dann bin ich zum Judo gegangen und, äh, ja, das war durch Karate-Kit bedingt. Ich hab auch Karate-Kit, auch vielleicht nochmal kurz, einer, kurzer Einschub, gibt's jetzt auch nämlich parallel bei Netflix, ähm, Karate-Kit 1 ist immer noch super, hat mir super gefallen und konnte ich nochmal gut gucken. Boah, Karate-Kit 2 musste ich mich jetzt dann doch wieder ein bisschen durchquälen. Ich hatte gar nicht mehr in Erinnerung, dass doch Karate-Kit 2 doch so träge und, äh, ja, nicht, nicht so ein schönes Pacing und auch die Story und alles und, ja, nicht an Teil 1, überhaupt nicht an Teil 1 rankam. Ich find halt, äh, äh, Cobra Kai ist eigentlich Karate-Kit 2. Ah. Weil, weil die, weil ja jetzt, ähm, Cobra Kai, mal am Schadig schon mal einfach mal sieht, was man damals getan hat, weißt du, äh, äh, denkt ja immer so, ja, man, ah, das ist das Böse und, äh, das Gute gewinnt immer, äh, aber was dann aus dem Bösen wird, äh, damals ein Jugendlicher war, äh, und damit nicht umgehen konnte und dann einfach, äh, Ja. halt an diesem Verlust eigentlich zerbrochen ist und uns sein Leben weggeschmissen hat wegen diesem einen Karate-Turnier. Jetzt mal, äh... Hey, er hat doch einen super Job. Er hängt Fernseher auf. Zwar manchmal an die falsche Wand, aber hey, immerhin. Außerdem, also ich, ich liebe ja in der Serie, dass es halt wieder diese alten Charaktere alle wieder, wieder gibt, ne? Klar, Mr. Miyagi lebt leider nicht mehr. Er kriegt aber auch ein Tribut, äh, in der Serie. Und, ähm, klar, die Story ist recht vorhersehbar wahrscheinlich. Also es ist jetzt nicht so extrem überraschend. Und auch die Konstellationen, die sich in dieser Serie ergeben, sind jetzt nicht super überraschend. Aber wie du gerade sagst, es lebt halt A von diesem Charme, den Flair, auch jetzt natürlich, auch was damals schon mal war, so ein bisschen das Thema Mobbing wird natürlich jetzt in der Serie auch gerade mit, äh, im Jahre 2020 dann nochmal, oder ich glaub, die Serie fing an 2015 oder keine Ahnung, aber auf den Zeitraum mit, mit Internet-Mobbing und, und, und natürlich, ähm, sehr fokussiert in dem Bereich. Ähm, aber es ist halt auch cool, mal die Sichtweise von dem Johnny zu sehen, der sagt, ja, nee, warte mal, ich war nicht der böse Daniel. Ja, und gerade wenn du dann nochmal Karate Kid 1 guckst, kannst du wirklich an einigen Stellen dir überlegen, Moment mal, das war schon ganz schön fies, so ein Arschloch-Move eigentlich von Daniel LaRusso. Also, das ist schon, äh, die spielen mit diesen ganzen Elementen sehr, sehr gut. Das haben sie ja auch, äh, zum Teil reingeschnitten in die Serie. Also, alte Szenen aus, äh, Karate Kid, wo das so, äh, aus seiner Sicht erzählt wurde, weißt du? Also, ey, das war mal mein Mädchen und so, und, äh, ich hab sie auch geliebt und ich fand das schon, äh, berührend, äh, und, und, äh, das macht die Serie ja so besonders, aber halt auch nur, wenn du den alten Film kennst, oder wenn du mit einem alten Film aufgewachsen bist und, 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 und den so geliebt hast damals. Geht auch ohne. Also, ich hab die Serie mit meiner Frau zusammen gesehen und die hat den Film damals nicht gesehen und, äh, fand trotzdem die Serie sehr charmant und hat ihr trotzdem, äh, auch wenn sie dieses Vorwissen nicht hatte, halt gefallen. Aber ich hab damals schon immer den Kranich gemacht, um, egal ob im Schwimmbad, ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt, dann im Schwimmbad macht man dann auf einem Bein und macht dann den, den Kranich-Kick, den er am Ende macht von Teil 1, den, den hab ich halt schon immer gemacht, aus Spaß. Und, äh, das dann auch in der Serie wieder zu sehen oder diese Elemente zu wissen, das kommt aus dem 80er-Jahre-Film, aus diesem Karate-Kit oder auch mit dem Streichen und den Poli-Auftragen, Polieren und solche Themen, ähm, das dann halt in der Serie wieder auf, äh, äh, wieder zu sehen und dass das dort aufgegriffen wird, ähm, macht schon Spaß, ne? Deswegen, also, es ist eine Wohlfühl-Serie, ne? Also, es ist jetzt keine, keine Serie wie The Boys oder so. Daniel und Frank, habt ihr Cobra Kai gesehen? Ähm, nein. Ich wollte der Frau den Vortrag halten lassen. Ich dachte, Daniel fängt an und dann fang ich an. Ich hab's nicht gesehen. Ja, hätte ich mir fast denken können, sorry. Ähm, ich hab's nicht gesehen, also Cobra Kai, ich hab, ähm, Karate-Kit ist für mich so lange her, ich kann mich nicht wirklich an viel erinnern, aber, ähm, ich bin froh, dass, ähm, ja, Jan halt eben gesagt hat, dass man's auch schauen kann, ohne, dass man jetzt, äh, sich an die Filme erinnert oder die Filme gesehen hat, dementsprechend, vielleicht geb ich's dann eine Chance. Ist auf jeden Fall, ne Folge geht so 20, 25 Minuten und, was Thomas gerade meinte, wenn, wenn's da Referenzen auf die alten Filme gibt, dann werden die meistens sogar visualisiert, äh, indem du dann zum Teil auch Rückblicke siehst aus dem Originalteil. Von daher geht das, ja. Also ich find Cobra Kai, find ich, ne super Idee. Nee, äh, guck, guck's dir an Daniel, äh, Daniels an. Hast du denn damals, äh, Cobra Kai, wollte ich schon sagen, Karate-Kit gesehen, Daniel? Bist du damit auch in Anführungsstrichen groß geworden oder ist das an dir vorbeigegangen damals? Da gab's ja eh generell auch so ein Hype, da gab's Karate-Tiger und, ne? Wer hat das denn nicht? Ja, es gibt welche, Franka, kann sich nicht mehr dran erinnern. Ja, ich hab, ich hab, ich hab, äh, auf jeden Fall alle, ich weiß nicht, es gab ja, glaub ich, sogar mehr als zwei, ne? Also die zählen, glaub ich, nicht mehr so richtig dazu oder, oder, keine Ahnung, aber... Nee, ich kann was dazu sagen, wenn ihr wollt. So ganz schlimmes Zyklus. Es gibt, ähm, ich fass das mal zusammen, weil ich auch die Recherche gemacht hab, weil ich neugierig war, was ich vielleicht nochmal nachholen könnte. Es gibt Karate, äh, Karate-Kit 1, 2 und 3. Aber, warte, äh, ich will nur kurz, bevor du, bevor du sagst, bevor du sagst, wie es wirklich ist, stimmt es, dass es da auch so ein Karate-Kit-Teil gab mit irgendeiner geheimagentenartigen Organisation, die dann wieder hinter Cobra Kai steckt oder sowas? Also quasi, ähm, so ne, so ne Art, dass da so ne größere Sache hintersteht? Ähm, nee, glaub ich nicht. Das hat mir mal jemand erzählt. Nee. Okay. Ich glaub, das, was du meinst, war Teenage. So ein Supermeister, der dann ultra, ultra enttäuscht war von allen oder sowas, keine Ahnung. Also, ja, nee. Also, mit dem Original Ralph Macchio, dem Karate-Kit, ähm, gibt es drei Teile. Und dann gibt es ein Karate-Kit 4 aus den 90ern, mit Hilary Swank in der Hauptrolle und auch mit Mr. Miyagi noch, also der dann sie halt unterrichtet, also ne weibliche Karate-Kit. Und dann, das hieß auch Karate-Kit in the next generation, oder irgendwie so total bescheuerter Name. Und ja, und dann gab's den ganz schlimmen, äh, von, äh, Wilhelm Schmidts Sohn. Ähm, auch Funfact, Will Smith produziert die Serie sogar mit. Das ist auch ganz interessant. Mhm. Der steht auch in den Credits immer beim Start. Ja, also ich hab, glaub ich, immer... Also, das gibt es. So viel weiß ich. Also, das ist Karate-Kit. Ich hab früher bei Kabel 1 so Wiederholungen quasi, also, als ich ein Kind war, immer im Fernsehen gesehen, bestimmt bunt gemischt durcheinander mit diesen ganzen anderen, äh, Karate-artigen Filmen, die oft auch so, so Copycats waren, äh, ständig immer mal wieder gesehen. Ich kann die deswegen alle aus der Erinnerung auch nicht wirklich auseinanderhalten, außer halt den ersten Karate-Kit natürlich. Und den hab ich aber auch seit sehr langer Zeit nicht nochmal gesehen. Ähm, ist aber, wie du schon gesagt, das ist so ein Stück Kindheit und so eine legendäre Sache. Besonders, weil zu der Zeit diese ganze Kampfsport-Sache, wo es ja hier jetzt, äh, auch schon in meiner Jugend, dann später ganz viele Vereine gab. So von Judo bis, äh, Jujutsu, Taekwondo, alles, was es gibt, gab es eigentlich in jedem Dorf plötzlich da so ein, äh, Gym, wo diese ganzen Vereine aufgemacht haben. Aber als ich zum ersten Mal Karate-Kit gesehen habe, war das noch nicht so. Und da war das noch so richtig exotisch, dass überhaupt sowas für Kinder angeboten wird, dass sie da einfach Karate lernen können. Und das war für mich immer so eine mindblowing Fantasie. Und, äh, ähnlich wie Jan-Michael war ich dann auch ein paar Jahre später im Judo-Verein auch inspiriert davon. Und war dann mild enttäuscht, weil wir in meinem Judo-Verein in Hürth immer so 60 Minuten Hallenfußball gespielt haben zum Aufwärmen und dann einen Spaßkampf gemacht haben. und wenn mal immer so eine komische Gürtelprüfung war, dann hat man mal eine Woche lang irgendwelche Kartoffelsackwürfe gelernt und, äh, dann musste man die vorführen. Aber sonst wurde eigentlich fast nur Fußball, Völkerball und solche Sachen gespielt, weil die Judo-Trainer auch ein bisschen faul waren. Krass. Das war das Einzige, was ich konnte beim Kämpfen. Ja, natürlich, durch Völkerball, äh, Lenz-Steer ausweichen. Achso. Bis welchen Gurt hattest du, Daniel? Äh, nicht so weit. Ich glaube irgendwie orange oder so. Ich bin dann zu Fußball gewechselt. Warst du weiter? Ich habe gelb und ich habe den immer noch und ich gehe jetzt mit meinen, ja, ich gehe jetzt mit meinen Söhnen aktuell zum Judo und dadurch, dass ich da in der Historie vom Verein immer noch geführt bin mit gelbem Gurt, darf ich sogar bei den Trainings mit den Jungs und mit den anderen Eltern und Kindern darf ich einen gelben Gurt tragen. Also nach 15 Jahren zählt das immer noch. Ich muss ja sagen, ich finde das ziemlich gut, gerade wenn die Kinder noch jünger sind, weil zu lernen, wie man richtig fällt, sich abrollt, wie man sich halt auch in so einer Eins-gegen-eins-Kampfsituation so verhält, dass man sich einfach selber nicht verletzt und ein bisschen selber in so einer Situation lernt, sich einschätzen zu können. Das finde ich, das sollte man nicht, kann man nicht früh genug trainieren und egal, ob aus denen dann mal irgendwann Profi-Judo-Kämpfer werden oder die dann, wie ich, irgendwie mit 12, 13 zum Fußball wechseln, ich glaube, diesen ganzen Kram, den verlernt man da noch nicht mehr. Gerade so dieses, wenn man hinfällt, sich ein bisschen abzurollen und so ein Quatsch. Ich glaube, das ist mega gut. Genau. Ja, und das lernen die auch aktuell. Das ist echt schön. Also gerade das Abrollen, dass der Kopf nicht auf der Matte aufschlägt und solche Themen. Ein bisschen Meditation natürlich auch. Also, dass man so einmal eine Minute stillsitzen muss und zur Begrüßung und diese ganzen Sachen ist auch eine coole Sache, wenn man Eltern ist, dass die Kinder sowas können. Ja, total. Ja, cool. Also, Cobra Kai, ja. Ja, ich wollte damals gerade lernen, um mich gegen Mobbing zu wehren. Ja. Aber jeder, der mich mobbt, einfach aus dem Maul zu hauen. Das war damals so die Intention. Aber auch, wie es Daniel damals gesagt hat, es hat halt keiner angeboten im Dorf. Stimmt. Es gab nur die Judo-Rolle von TKKG. Ey, aber sowas hier. Judo-Rolle von TKKG ist vielleicht der Grund, warum du gemobbt wurdest. Du Nerd. Der macht wieder die Judo-Rolle von TKKG. Schlagt ihn. Ich habe auch drei Fragezeichen gehört. Weißt du, er mobbt mich schon. Oder Franka, beschützt mich mal. Ja, genau. Ja, ich war auf der Kickbox-Seite. Da war ich auch nicht schlecht. Ja, deswegen mobbe ich sie ja auch nicht. Alles gut, Thomas. Kommt zu Mama. Und Franka sagt nicht, kommt zu Mama. Da muss ich wieder an The Boys und Homelander denken. Nee. Oh, man. Okay, ja, geil. Also Cobra Kai wäre halt auch ein Thema bei mir gewesen. Übrigens, Staffel 3 startet im Januar auf Netflix, wurde jetzt bekannt gegeben. Und Staffel 4 wird produziert. Also daran siehst du, sehen wir, die Serie ist im Flow. Ja, ja, die ist sehr gut. Aber wie gesagt, ich habe erst nur die erste Staffel gesehen. Und insofern, zweite, aufs Zeitproblem konnte ich noch nicht reinschauen. Werde ich aber tun, weil sie mir sehr gefällt, diese Serie. Ich habe eine Doku gesehen, Social Dilemma. Da hat Daniel auch eine sehr schöne letzte Filmkritik drüber gemacht. Genau. Also schon an sich so anderthalb. Weil im Januar bei Sundance hatte der Premiere. Da habe ich den tatsächlich auch gesehen. Und seitdem schon ein paar Mal empfohlen. Und da damals was so aufgenommen. Und jetzt, als er bei Netflix endlich erschienen ist, wo ich auch schon viel darauf hingefiebert habe, dass es endlich für jeden zugänglich wird, haben wir nochmal was Kleines dann zu Filmmenü-Podcast gehabt. Genau. Und im letzten Podcast auch, glaube ich, habe ich ein paar Mal drüber geredet. Genau, genau. Stimmt ja. Ja. Also, ich fand es erschreckend, wie krank eigentlich Social Media machen kann. Und ja, er hat auf jeden Fall einen krassen Impact hinterlassen. Ich weiß nicht, habt ihr den gesehen? Ich kann da direkt einklinken. Die zwei Sachen, die ich besonders stark finde, abgesehen davon, dass der Film es sehr gut schafft, diese ganzen Konzepte, die er da erklärt über Social Media und Gefahren halt dahinter. Und was aber auch die Hauptprobleme dieser ganzen Konzepte sind. Er schafft das zu erklären, selbst für einen Laien, der nicht jeden Tag IT-Magazine im Internet liest und sich schon krass vorher mit der Materie auseinandergesetzt hat. Dass es auch jeder, glaube ich, begreifen kann, wie weitreichend das Ganze ist. Und dann, dass er halt schafft zu erklären, dass das Problem oder die Gefahr nicht daran liegt, dass man getrackt wird und dass die Daten von einem erfasst werden, damit diese ganzen Plattformen und Datensammlungsgroßunternehmen wissen, wer du bist, sondern sie wollen diese Daten nutzen, um zu beeinflussen, wer du morgen sein wirst. Und das ist was, was klügere Menschen als ich, zum Beispiel mein Bruder, mir schon so lange versucht haben zu erklären, wie das funktioniert und warum das eigentlich sehr schlimm ist. Ich habe es aber nie geglaubt und nie verstanden. Und durch diese Doku hat es bei mir erst Klick gemacht. Und ich habe so auch plötzlich gemerkt, an welchen Stellen in meinem Leben das bereits geschehen ist, dass dieser Einfluss von Social Media und ähnlichen, halt es geht ja generell auch um so Silicon Valley Großunternehmen, die halt über verschiedenste Apps, Uber gehört zum Beispiel auch dazu, immer stärker Einfluss auf das Leben der Leute nehmen und nicht nur die Leute analysieren, um etwas über sie zu erfahren und dann nur das Wissen zu besitzen. Aber das, was einem Angst macht an der ganzen Geschichte ist, dass so viele Leute in dieser Doku sprechen, die selber bei diesen Firmen in hohen Positionen aktuell arbeiten, Facebook, Google, Uber, Twitter und so weiter, oder mal gearbeitet haben und dann sehr wichtige Meilensteine zu verantworten hatten. Also da ist zum Beispiel der Typ, der den Like-Button bei Facebook erfunden hat und solche hochrangigen Leute aus dieser ganzen Branche und durch die Bank alle sagen, dass sie das selber sehr gefährlich finden und dass sie vor allem ihre Kinder nicht an ihre eigenen Produkte ranlassen, dass die teilweise gar nicht ins Internet dürfen, weil die scheinbar alle gecheckt haben, dass da was mächtig schiefläuft. Und das, fand ich, war das Beängstigendste daran. Die, die, äh, was ich an dieser Doku, äh, so bemerkenswert fand, weil es ja auf Netflix läuft, weil Netflix macht es eigentlich nicht viel anders. Ja, total. Aber Netflix wird halt nicht erwähnt in dieser Doku, nicht einmal. Man muss vielleicht einschränkend dazu sagen, der Film ist ja vorher independent gewesen und dann gekauft worden von Netflix, glaube ich. Also zumindest glaube ich, also 10-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass ich mich falsch erinnere, aber ich glaube, als ich ihn bei Sundance gesehen habe, war noch nicht klar, wo der gezeigt wird und wer den kaufen wird. Dass er bei Sundance dann erst gekauft wurde, aber zumindest während der Produktion noch nicht klar war, wer den Film ausstrahlt. Aber, ähm, egal, ähm, egal, jetzt mal, egal, ob Netflix da drin erwähnt wird oder nicht, indirekt werden es ja alle, die in irgendeiner Form Daten sammeln und im Internet User haben, äh, alle diese Firmen, äh, die Tatsache, dass Netflix es überhaupt zeigt, ist halt schon so, ähm, so paradox. Also, finde ich, finde ich okay. Das meinst du ja auch, ne? Genau, genau. Sie sind ja auch ein bisschen selbstkritisch. Also es gibt ja auch andere Serien, ähm, wo gewisse, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt von Hassan Minaj, Minaj, ich weiß nicht, wie ihr das ausspricht, der hatte so eine Serie, wo auch jede Episode irgendein Thema anspricht. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob eins auch Netflix ist, aber zumindest, was ich sagen wollte, sie sind auch selbstkritisch und die Netflix strahlt dann auch eigene Kritik da manchmal aus. Ich glaube, zu einem gewissen Grade, ähm, realisieren sie, dass sie das auch sein müssen. Na, ich glaube eher, es ist sehr geschickt von ihnen, weil, ähm, diese Selbstkritik nach außen hin zu zeigen und dem Zuschauer damit zu suggerieren, wir, ähm, sind da sensibel selber der Sache gegenüber und können uns auch selber, ähm, halt irgendwie kritisieren und kritisch, ähm, auswerten und Probleme erkennen, während man aber eigentlich weitermacht wie vorher und nichts ändert, ähm, ist ein geiler Move. Zumal, ähm, eine, eine der Sachen, was ich jetzt vorhin noch nicht angesprochen hatte, die auch bei allen großen Tech-Konzernen, äh, ein riesiges Problem ist, ist die Intransparenz. Und, ähm, dass die halt sich wie Staaten aufführen, was ihre Geheimniskrämerei angeht und die Funktionsweise ihrer Algorithmen und all dieser Dinge. Und da ist halt Netflix auch ja, ähm, super krass berüchtigt für, dass halt, äh, selbst Leute, die da für 200 Millionen irgendeinen Film drehen, nie wirklich erfahren, wie viele den am Ende überhaupt gesehen haben oder nur ganz selten. So einen krassen Erfolgsfall, wenn man damit angeben kann, dann wird sowas dann mal, ähm, gesagt. Aber so echte Zahlen, harte Zahlen, um irgendwas zu bewerten und einzuschätzen, ähm, das, das ist alles so, die beiden das alles schön für sich, was sie da treiben im Hintergrund. Gut, äh, ist so ein Aktienunternehmen, oder? Ja, 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 klar, aber, aber das, das... Oder meinst du nicht reinzahlen, wer's guckt? Nee, ich meine einfach generell, ähm, ist das Maß an, ähm, Geheimniskultur und, äh, Intransparenz einfach, ist, äh, bei diesen ganzen Unternehmen schon sehr hoch und kritisch einzuschätzen, weil halt, ähm, man so schwer bei diesen ganzen Sachen, die The Social Dilemma jetzt zum Beispiel oder auch viele andere Dokus so an Problemen identifiziert haben, um die, ähm, angehen zu können oder um halt auch richtig mit dem Finger drauf zeigen zu können, ob das Absicht ist oder nicht. Das kannst du ja nur, wenn du mal ein bisschen Einblick bekommst, wie funktioniert Facebook intern wirklich? Was sind, wie sind wirklich die Algorithmen aufgebaut und sowas? Und, äh, die lassen nicht, weil sie Aktienunternehmen sind, die Leute da nicht reingucken, sondern weil sie sich dann so aus der Verantwortung ziehen, weil man ihnen so halt nie endgültig beweisen kann, ob sie jetzt wirklich absichtlich einen Hasbmob starten oder so Geschichten, weil das mehr Klicks bringt oder so. Äh, du kannst nichts, ne, also die, 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 das sich aus der, ja, Verantwortung ziehen, das ist halt der Faktor. Was, was, was mich halt so hart geschickert hat, dass sie aufzeichnet, wie lange ich mir ein Bild angucke, da hab ich, da hab ich auch gedacht, so. Und das ist noch das Billigste, sie zeichnen sich, sie zeichnen garantiert auch auf, wo dein Mauszeiger in dem Moment genau war und all solche Geschichten. Also jedes Mini-Detail, was man auch nur auswerten kann. Und das, bei Netflix ist halt auch die Frage, was erfassten die wirklich alles an Statistiken und Daten bis ins Kleinste und was machen sie dann damit? Absolut viel, aber sie machen es halt nie öffentlich. Das ist ja mit dem Game Pass von Microsoft, mit dem Game Pass von Microsoft genauso. Da hat ja auch keine Information drüber. Lohnt sich das überhaupt? Ist schon alles interessant. Also auf jeden Fall, so eine Doku war wichtig, aber viele werden es halt wahrscheinlich nicht, werden es dann trotzdem weitermachen. Weil das ist halt ihr Leben für viele. Ja, solange halt auch von Seiten von der Politik und den Gesetzgebern nicht mehr aufgebaut wird, um da einfach für die Allgemeinheit mehr Sicherheit reinzubringen. Ich glaube, das ist halt das Einzige, was noch passieren kann, um da so die Sachen abzuwenden, die gerade wirklich so horribly wrong in die falsche Richtung laufen. Aber ich bin super froh, dass zumindest diese Doku jetzt zum Beispiel, bei der ich wieder Angst hatte, dass sie nur auf Festivals läuft oder halt nur irgendwie auf schweren Wegen halt dann zu bekommen ist, dass die jetzt im Prinzip so jeder halbwegs zu sehen bekommen kann. Und ich meine, sowas wie Netflix released oder Amazon Prime release bedeutet ja auch immer, dass auf den gängigen, halblegalen Plattformen so ein Film dann auch sofort landet. Also ich will jetzt niemanden zu irgendwas anstiften, weil er sich kein Netflix-Abo leisten kann. Aber im weitest formulierten Sinne bedeutet sowas halt auch immer eine grundsätzliche Zugänglichkeit für jeden. Und bei solchen edukativen Sachen ist das auf jeden Fall schon mal gut, dass man nicht ins tiefste Dark-Web muss oder auf irgendwelche kaum bekannten Indie-Distributions-Plattformen, wo man dann 30 Euro für eine Doku bezahlen soll. Aber ich fand diese Doku einfach auch schon wichtig, um Leuten auch mal so eine Art Spiegel vorzuhalten und guckt mal, wo es dahin geht und was die mit euren Daten machen und was da überhaupt alles so vorgeht. Und direkt danach bei Interesse The Cleaners, den ich ja auch schon seit Jahren empfehle, den ich auch bei Sundance gesehen habe, ich glaube 2018, da habe ich ja ein Interview mit den Regisseuren gemacht, das sind zwei Deutsche. Der ist auch teilweise von Öffentlich-Rechtlichen mitfinanziert worden und also die Doku und lief auch bei Arte und ARD und ZDF, die haben das so als Kooperation gemacht, war in den Mediatheken drin, wird sicherlich auch einmal im Jahr wieder dort überall auftauchen und nochmal im Fernsehen laufen und hat auch Preise noch und nöcher gewonnen. Der ist quasi nochmal die Hardcore-Version, also noch ein bisschen spezieller, noch ein bisschen tiefer recherchiert mit viel Vor-Ort-Recherchen und geht auch noch ein bisschen härter in die Richtung, was Social Media alles so in der Politik für Einfluss nimmt und zwar jetzt nicht nur US-Wahlkampf und diese Sachen, die man halt weiß, sondern auch irgendwo in Ländern, die man nicht so im Blick hat, wo teilweise so Plattformen wie Facebook schon völlig nachweislich kleine Genozide und Völkermordsgeschichten ausgelöst haben, dadurch, dass sie eben so sich verselbstständigen Hass auf bestimmte Minderheiten in einer Bevölkerung in Kauf genommen haben, um ihre Plattform zum Wachsen zu bringen und solche Themen sind dort sehr, also nochmal drastischer gezeigt und halt auch wie Terrororganisationen Social Media lange Zeit fast ungehindert nutzen konnten, um Leute zu rekrutieren, also auch der Islamische Staat zum Beispiel, das zeigt halt die Cleaners wirklich so krass, dass man teilweise auch unverpixelter Enthauptungsmaterial, das bei Facebook veröffentlicht wurde und online war, halt sieht. Also das ist noch ein bisschen so, die Realität wird dort sehr ungefiltert gezeigt, um so richtig zu schockieren und so richtig auch bewusst zu machen, wie krass das alles teilweise, was das für Auswirkungen hat, Plattformen einfach machen zu lassen, sozusagen. Ja, ich wollte ihn echt schon lange mal sehen, als du, den hast du, glaube ich, auch bei Sundance gesehen zum ersten Mal, glaube ich. Genau, genau. Der hatte auch da Premiere und also 2018 müsste das gewesen sein. Ja, eben, nicht dieses Jahr und da war ich so interessiert daran, den zu sehen und ich, ja, da muss man wieder in die 3-Zeit-ZDF, weißt du, wo es den jetzt gerade zu sehen gibt? Ich bin 100% sicher, dass es den auf DVD zu kaufen und bei Amazon im normalen Programm zu mieten gibt. Also in einem ... Es gibt ihn, ich habe gerade nachgesehen, also es gibt ihn zum Laien bei Amazon für 4 Euro. Genau. Also 3,99 Euro und ich habe nachgeschaut, er war in der Mediathek im März dieses Jahr in Dreisat. Ich weiß jetzt aber nicht, ob der jetzt immer noch da ist, wahrscheinlich nicht, das müssten wir mal nachschauen. Ja, ja. Was wäre die Welt ohne Frauen? Und das Kommentar können wir auch wieder rausschneiden, kannst du ja gleich aufschreiben. Also was du für ironisch? Ah, ja. Nee, aber ich habe so Interesse gehabt, wo du von dem Film gesprochen hast, dass ich den unbedingt sehen wollte. Habe es bisher nicht geschafft, aber ich werde ihn auf jeden Fall noch nachholen, weil ich den unbedingt sehen will. Das ist, wie gesagt, auch ein gutes Sequel zu dem Social Dilemma. Social Dilemma ist so eine tolle Einführung, weil sie von Anfang an bestimmte Konzepte vermittelt und The Cleaners ist dann so der Advanced Mode sozusagen. Ja, aber es wird kein Feel-Good-Movie, glaube ich. Auf keinen Fall. Vor allem, weil er auch nicht wirklich einen Ausweg zeigt, sondern eher sagt, die Katastrophe kommt. Nee, du, alles gut. Ich bin da ja nicht auch noch da. Hallo. Ich will Thomas nicht unterbrechen, falls er noch einen hat, sonst komme ich gleich ins Spiel. Das ist richtig. Ich wollte noch, ich wollte noch, äh, äh, ich weiß nicht, Daniel, hast du diese Doku letzte Woche auf ProSieben gesehen? Ähm, nee. Ich bin, glaube ich, aus einem normalen Fernsehprogramm fast raus. Äh, deswegen kriege ich sowas immerhin im Nachhinein dann erst mit. Ähm, also ich weiß, was du jetzt meinst, äh, über Internetreportagen und Artikel, aber ich habe es nicht wirklich gesehen. Rechtsdeutschradikal. Wo sie auch irgendwie in den Filmen nicht gezeigt haben, also das normale Programm dafür quasi auch unterbrochen haben. Ohne Werbung zu zeigen. Ja, ohne Werbung zu zeigen, über den, 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 den Rechtsdruck, äh, in Deutschland. Zwei Stunden werbefrei und sogar, äh, RTL hat auf ihrem Twitter-Account, äh, äh, geschrieben so, hey, guckt heute doch lieber mal zu Primetime mal ProSieben. Ähm, anstatt uns, weil uns ist auch das, uns ist das auch wichtig. Das war eine, eine, eine Doku von Thilo Mischke. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ähm, ähm, und, äh, da hat er eineinhalb Jahre recherchiert, äh, was in Deutschland so abgeht. Ist das Uncovered? Ist das, heißt das so? Ne, äh, rechtsdeutsch. Wie heißt die Doku? Äh, guck mal auf, äh, ProSieben Mediathek. Ich weiß nicht, ob du das in... Ja, das, genau das finde ich. Also, wenn ich so Thilo Mischke suche, dann finde ich, äh, Uncovered auf ProSieben. Sollte ich nur wissen, ob das... Aber das ist was anderes. Genau, genau. Das ist... Ja, das ist was anderes. Jetzt sehe ich es ja. Es war eine zweistündige Doku und durch diese Doku, weil sie undercover gegangen sind, hat, ich glaube, der Pressesprecher der AfD, äh, den Hut nehmen müssen, weil er, weil er gesagt hat, Ohrton, je schlechter es Deutschland geht, je besser geht es der AfD und wir holen so viele Flüchtlinge rein, wie es nur geht und dann halt auch... Sie haben viel Anerkennung verdient. Absolut. Ja, ich habe ja nachgeschaut, also es heißt rechtsdeutsch-radikal. Rechtsdeutsch-radikal, genau. So hieß die Doku. Also, ich glaube, ProSieben hat durch diese diversen Joko und Klaas-Aktionen, immer wo sie dann, äh, diese Spielshow machen, wo Joko und Klaas dann irgendwie diese 15-Minuten-Sendezeit immer gewinnen können. Ähm, ich habe das auch nie gesehen, aber halt immer mitbekommen. Da haben sie natürlich gecheckt, weil die das ja auch meistens genutzt haben, eben für solche Themen und um irgendwas Wichtiges ins Blickfeld zu rücken, ähm, dass das halt, äh, so ein Imagegewinn ist und gleichzeitig, was natürlich immer was Gutes tut, aber halt auch was ist, was andere Sender mit ihren starren Sendestrukturen viel schwieriger nur hinbekommen. Also, das höchste aller Dinge ist dann irgendwie so ein, wie heißt das, das Jenske-Experiment, ähm, ja, was dann auch immer so... Ich bin eine Woche Alkoholiker, wie geht's denen wohl? Genau, genau. Was dann immer so, Lieschen Müller möglichst, ähm, reißerisch präsentiert, so ein Konzept, was eigentlich jedem bewusst ist, nur nochmal ausprobiert. Ich glaube, ähm, das Coole ist irgendwie, für ProSieben, äh, macht es total Sinn, weil sie halt enorm von dieser Aufmerksamkeit profitieren, dass plötzlich auch Spiegel Online fast jede Woche über die schreibt und sogar am Ende das Fazit schreibt, geile Aktion und voll wichtig. Und gleichzeitig bringen sie ja die anderen Sender wirklich damit, also gerade so die privaten Unterzugzwang, auch mal was Vernünftiges zu machen und nicht die x-te Scheiß-Game-Show, die keiner eigentlich mehr sehen will. Und, ähm, das ist nur positiv, finde ich. Selbst wenn der Hintergedanke von Anfang an in der Senderführung nur PR war, die positiven, ähm, Auswirkungen, die dadurch entstehen und noch entstehen können, sind in dem Fall so exorbitant stark und, ähm, die krieg selbst ich mit als jemand, der gar keinen Fernsehen mehr richtig guckt. Ähm, also da, so, so reichweitenstark muss eine Werbung erstmal sein, äh, bewirkt da darüber hinaus noch so viel Gutes, macht wirklich aufmerksam, auf diese Themen, weil das wurde danach auch immer unabhängig von der Ausstrahlung selbst über die Thematiken geredet und geschrieben. Und, ähm, das, äh, musst du erstmal schaffen und deswegen, ähm, ja, Chapeau, also, von dem her, was ich mitbekomme, absolut genial. Ich find's geil, äh, äh, guck sie dir gerne nochmal an, in der, äh, in der Mediathek ist sie noch da. Ja, ich hab auch gerade geguckt, ist noch da, einfach, einfach gut. Ich, 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 äh, ich weiß nicht, ob wir jetzt so sehr in die Thematik an sich gehen wollen, in diesem Podcast würde so den Rahmen strengen, um der Sache gerecht zu werden, aber, ähm, es ist, es ist so, es ist gut und ich glaube, das hat die Doku geschafft, einfach an die, an die, an die Normalität von Leuten, die so ticken, auch heranzukommen, also nicht nur dieses über, ähm, zeichnete und, und über, ähm, emotionalisierte, wenn sie auf einer Demonstration sind, ne, dass man immer nur diese Schreihalsmomente sieht, sondern halt gerade dann, wenn in einem ruhigeren Moment jemand so was sagt, ist es eigentlich noch krasser und dann realisiert man es wirklich, wie kaputt teilweise Leute in Deutschland wieder sind, was man vor fünf Jahren noch nicht gedacht hätte, dass es so jemanden noch gibt hier. Ja, Thomas, du hattest es mir im Vorfeld empfohlen, sie liegt schon bei mir auf der Platte und, ähm, ich werde es auf jeden Fall die Tage mal nachholen, ja, äh, ging natürlich auch viral und über Twitter. Also bevor wir weitergehen, noch eine wichtige Frage an dich, Thomas, wie viele Bier hast du getrunken in dieser Dokumentation, während dieser Dokumentation? Wo ich die geguckt habe? Ja. Gar keine. In diesen zwei Stunden. Was? Wirklich? Ja. Das nur zum Podcasten, packst du die aus? Zum Filmschauen und Dokuschauen eher nicht so? Ich hatte einen, ich hatte auch heute einen scheiß langen Tag. Beruhigt euch. Stille. Alles gut, Franka. Ist alles, nee, ich weiß halt nicht, wie ich über das Thema reden soll, weil es mir wichtig ist. Ist auch nicht verboten, alles gut. So meine Meinung. Daniel hat dir schon alles mit den Faden verloren, warum es ging mit dem Bier und ich dachte, es hätte gar nichts mit der Doku zu tun. Ich wusste gar nicht, was gemeint ist. Sorry. Ja, ich muss ja auf dich aufpassen. Nicht nur, wenn dich jemand verprügelt, sondern auch, wenn du zum Alkoholiker mutierst. Schick mir lieber das Bier und den Lockstädter. Bei Daniel ist das gut aufgehoben. Ich glaube, es ist eine gute Wechselwirkung. Das beruhigt euch. Genau. Nee, ich rede halt nicht so gerne. Ich rede halt lieber über Vielgutfilme anstatt über so harte Themen, die mich aber auch beschäftigen. Es ist gut, dass es in dem Fall nicht so vielgudig ist, weil wir bei diesem Thema uns Eskapismus nicht mehr leisten können. Wir müssen uns damit konfrontieren und die Realität angehen und uns klar werden, wie die Realität aussieht. Und das in irgendeiner Form wieder durch so eine bunte Linse unterhaltsam zu machen oder dass man am Ende ein gutes Gefühl hat, dann geht man wieder viel zu bläuäugig in die Welt da raus. Und das ist da inzwischen so ein Green Book oder sowas ist ab und zu mal ganz nett, aber immer dann mit dem Gedanken aus einem Rassismusfilm rauszugehen, das war vor 40, 50 Jahren viel schlimmer. Heute ist es ja eigentlich ganz gut und das hatte ja auch ein Happy End gehabt und all solche Gedanken, die man dann da rausnimmt, das bringt uns jetzt gerade nicht weiter, sondern eher sowas, wie es eben beschrieben wurde. Schöne Überleitung, du hast es gerade schon angesprochen, wir müssen der Realität ins Auge schauen. Dann gehe ich mal vielleicht bei mir ein bisschen im Schnellformat durch. Ich war ein bisschen häufiger im Kino und war in Meine Freundin Conny Geheimnis um Kater Mau und in Ups 2. Beides Film natürlich für das jüngere Publikum, bedingt durch meine beiden Jungs, kommt man häufiger dann in diese Kinderfilme rein und da wird wenigstens auch noch was released im Kino. Ansonsten AAA-mäßig hatte ich es vorhin schon mal erwähnt, ich glaube zuletzt war ich dann dreimal in Tenet, das war dann so das, was ich zuletzt im Kino gesehen habe. Über Tenet habe ich auch in der letzten Folge ja schon mal gesprochen, ich glaube, das brauchen wir jetzt hier nicht ausbreiten, vor allem, ich glaube, vermutlich Daniel, du hast ihn gesehen, ich denke mal, ihr anderen beiden nicht korrekt. Korrekt. Okay, sehr gut. Und ich vermute Daniel, ohne es jetzt wirklich genau zu wissen, du hast wahrscheinlich einen Podcast auch über die letzte Filmkritik da aufgenommen, ne? Ja, genau. Also ich habe sogar einen Artikel bei golem.de geschrieben, veröffentlicht, einen einzelnen Podcast in der letzten Filmkritik, genau. Und dann haben wir auch nochmal im Filmmenü noch ein paar Minuten nachdem Patrick und ich den beide zum zweiten Mal gesehen hatten, nochmal kurz, wie das dann war, wiedergegeben. Aber ja, meine Lust über Tenet noch ausführlich zu reden ist auch inzwischen gar nicht mehr so sehr da, weil ich fand den ja nur so ganz nett, ganz mittelmäßig okay, aber ich finde, das ist für mich ein Film, die Stärken, die er hat, sind Sachen, die ich beim Gucken erlebe, diese typischen, auch visuellen Mindfucks, dass man meint, man sieht was, was man klar vor Augen hat, aber es kann eigentlich nicht sein und dass man so, dass das Verständnis von der Realität so herausgefordert wird und es trotzdem auf eine gewisse Art einer physikalischen Logik folgt, die nicht mal komplett bei dem Hahn herbeigezogen ist, das ist interessant, aber das ist nichts, worüber ich so lange reden oder mit dir jetzt diskutieren könnte und das ist ja auch ich wollte da jetzt auch nicht tiefer reingehen, mir fiel nur gerade wieder ein, stimmt, da hab ich, ich hab ja den Patrick aus Hürth am Parkautomaten getroffen, wo er mal nicht, das Bezahlen nicht ganz so hing, nicht so ganz geklappt hat, irgendwie wollte man, ich glaub der Parkautomat, der Parkautomat wollte sein Geld nicht annehmen oder irgendwie sowas war das. Ja, hat er mir genauso erzählt. Ja, war ganz lustig. Ansonsten, genau, das war so ein bisschen kurzes, kurzes Abbiegen ins Kino, in den Kinobereich, da sprechen wir gleich auch nochmal kurz zu, was wir denn dieses Jahr überhaupt noch im Kino zu Gesicht bekommen. Serientechnisch nur ganz kurz angerissen, ich habe, ich gucke, oder ich bin fast mit Community durch, aber ich muss wirklich sagen, die letzte, ja, aber die letzte Staffel, die fünfte Staffel wurde dann doch deutlich schwächer, nachdem Donald Glover auch nicht mehr dabei ist, lässt das doch stark nach, leider. Ansonsten eine coole, coole Serie. Community liebe ich so sehr, ich liebe sie so sehr, diese Serie. Ja, und da gab es ja auch dieses Mr. Miyagi oder das Karate Kid Musical und da, wie ich das gesehen habe, da bin ich dann nochmal auf Cobra Kai gekommen. Das war der, der lustige Weg, wie ich, wie ich dann zu der Serie gekommen bin. Also Community Comedy, ne? Das ist genial. Ey, das ist so wahnsinnig schlecht geschrieben und die Charaktere, ich liebe sie alle. Jede Folge, du weißt schon, was passiert, ich liebe Community. Das ist so, ich habe alle Staffeln hier auf DVD und das ist... Wow, ein Fan, aber ich habe auch alles gesehen, sogar zweimal. Nee, ich habe bestimmt Six Seasons in a Movie, Franka, Six Seasons in a Movie. ich kann mich erinnern, wir haben es ja damals auch besprochen in unserem Podcast und ich habe es ein zweites Mal gesehen, weil es jemanden nicht kannte und dann habe ich es mit dem gemeinsam nochmal gesehen, weil ich finde, man kann sich das auch ein zweites Mal anschauen. Ja, also wirklich, ich bin ein Community Befürworter und Fan. Und hat er es auch geliebt? Ja, allerdings war genau sein Humor. Deshalb habe ich mir auch gedacht, dass es passt. Und ja, ich finde, es ist ein guter alter Klassiker, kann man sich immer... Nein, ist kein Klassiker, ist immer noch up to date. Ich habe gesehen, es ist nach Netflix gekommen, Entschuldigung, das letzte, es ist nach Netflix gekommen und deshalb war das so, dass die Motivation ist nochmal anzusehen. Wollte ich unterbrechen, sorry. Nee, genau darauf wollte ich hinaus, das war natürlich der Riesenvorteil, dass es jetzt dann bei Netflix kam, hatte natürlich dann den Charme, dass man es, oder dass es für die breite Masse deutlich einfacher zu konsumieren war als davor. Von daher, nee, das passt schon. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Also das ist der Comedy-Aspekt, den ich gucke, neben auch der letzten Staffel aktuell Modern Family, was ich zu Ende gucke. Ja. Ist auch eine viel gut, also die Serie mag ich halt einfach auch sehr gerne. Ich bin gut, ich bin mit Al Bundy groß geworden und ihn nochmal in so einer langen, großen Rolle zu sehen. Ed O'Neill macht mir halt auch schon Spaß, aber auch die ganzen anderen Charaktere sind schon sehr cool und Fun Fact am Rande, mein jüngerer Sohn heißt Luke und das hat auch was mit Modern Family von meiner Frau-Seite auszutun. Bei mir vielleicht auch ein bisschen Star Wars, aber ja, er heißt deswegen Luke, ja. Ist das lustig. Kein Vorsinn, nicht Anakin genannt zu sehen. Oh ja. Ja, das wäre ein bisschen eindeutiger dann, der Star Wars-Bezug. Aber ich bin, ich habe gerade nachgesehen, ich bin in Staffel 9, also ich bin noch nicht in der letzten Staffel, aber ich schaue mir das auch immer so zwischendurch an, weil es ja ganz lustig ist von Zeit zu Zeit. Ja. Aber nochmal kurz, stellt euch mal vor, jemand hätte seinen Sohn Anakin genannt vor den Prequels, weil man ja schon wusste, dass Darth Vader das echter Name so ist. Und dann kommen die Prequels und ruinieren diesen Menschen einfach komplett, der vorher immer dachte, er hätte einen coolen Namen und dann, ah, no. Oh ja. Ja, das ist wirklich ein Punkt. Hat es garantiert gegeben. Gehe ich mal fest raus. Ja, das denke ich mir auch, leider. Ähm, ähm, aber ich habe noch einen Film, den ich bei Netflix vor ein paar Tagen gesehen habe, den vielleicht auch einige von euch gesehen hat, ähm, weil er vom Cast her ganz interessant war oder ist. Ähm, Enola Holmes. Ja, habe ich auch gesehen. Der, sehr schön. Ich finde, der Film, du kannst mich gerne, äh, jetzt eines anderen belehren, aber nachdem ich den Trailer gesehen habe, dachte ich so, boah, sieht der jetzt schon schrecklich aus. Allein schon so, also schon der Look hat mich so abgeturnt. Und dann, äh, habe ich gewartet, was Leute sagen, die ich kenne, die den gesehen haben. Und alle haben gesagt, er wäre irgendwie langweilig und schlecht. Und deswegen habe ich ihm jetzt keine Chance gegeben, ob... Ich fühle dich, ich habe ihn auch in alles gestehen. Ich habe ihn noch, ich habe, ich habe, glaube ich, glaube ich, eine halbe Stunde geguckt und habe gesagt so, nee, ich habe keinen Bock mehr. Das ist so stinkend langweilig. Ja, also, ähm, und jetzt, Jan-Michel. Ja, genau, also ich, nein, 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 also erst mal kann ich mir vorstellen, dass das kein Film ist, der dir, Daniel, zum Beispiel gefallen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Er ist, den guckt, wie sagt man so schön, den guckt man halt mal so weg. Ganz, vielleicht mal ein bisschen was Positives, was, oder was, was mir an dem Film gut gefallen hat, ist halt generell immer diese Geschichte, diese vierte, ähm, wenn die vierte Wand durchbrochen wird. Also Enola, ähm, spricht sehr, sehr viel mit dem, mit dem Publikum. Ähm, Sherlock ist halt eigentlich nur mehr eine Nebensache, ist aber auch ganz merkwürdig besetzt mit Superman, Schrägstrich Witcher, Henry Cavill, der in seinem Anzug natürlich mit den ganzen Muskeln irgendwie nicht ganz so richtig platziert wirkt als Sherlock. Ähm, ansonsten war es mal wieder nach. Aber er ist halt jetzt Netflix, Netflix, ähm, im Sendergesicht sozusagen, genau wie halt, ja, die Kleine auch aus Stranger Things. Ich finde ja, ich finde ja, äh, äh, Enola Holmes ist so ein klassischer Netflix-Algorithmusfilm. Ja. Ja, ja, genau. Sie kennen sie auch aus, Stranger Things, aus The Witcher. Ja, es stimmt. Ich fand den Film jetzt auch nicht, äh, super sehenswert. Ich habe halt wieder irgendwas zum Braindead, äh, anmachen, gebraucht und dachte mir, das ist ein guter Kandidat und das ist richtig so. Also, ja, man, man kann sich nicht zu viel erwarten und ja. In die Kategorie passt halt auch, ähm, dieser Project Power, der kürzlich mit Jamie Foxx kam, der auch so ein bisschen, genau. wie bei The Boys, dieses, äh, Superhelden mit irgendeiner Superdroge und so, ähm, also was heißt Superhelden, Leute mit Superkräften, aber das war halt genau diese Kategorie, guckt man mal so weg und war jetzt nichts Besonderes, hatte blöde Stellen, hatte meiner Meinung nach auch ein paar coole Stellen, ähm, aber eigentlich ist es auch so ein Algorithmusfilm gewesen. Mhm. Genau. Das war genauso wie der Will Smith Film, äh, mit dem, Bright. Keinem, Bright, genauso hieß er. Das war genauso. Ja. Übrigens, ähm, das Drehbuch von Bright, das Drehbuch von Bright ist von dem Max Landis, der auch, ähm, hier Dirk Gently geschrieben und geshowrunnt hat. Na, hab schon gedacht, du hättest geschrieben. I wished, weil dann hätte ich jetzt Netflix Money. so schließt sich der Kreis. Irgendwie, irgendwie muss ich mir erinnern. Aber Jan-Michael wurde ja schon zweimal unterbrochen. Das ist der Verbindung geschuldet. Ja, er schaut einfach Sachen, die wir alle schauen und dann jeder will irgendwas sagen. Sorry. Nee, ich hab das ja nicht mal gesehen, aber ich wollte trotzdem unterbrechen. Nee, wie gesagt, zum dritten Mal und zum vierten Mal. Ähm, Fun Fact, äh, Daniel, weißt du denn, warum, warum, warum Enola Enola heißt? Ich weiß gar nichts darüber, wirklich. Hat so ein bisschen was von Tenet, weil wenn du Enola rückwärts, rückwärts liest, ist es Alone. Haha, 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 so, okay. Nein, genug von Enola Holmes. Da muss ich mir noch was sagen. Nein, nein, das war, das war, weil das war lustig an Michael, war lustiger Witz, aber war natürlich Quatsch, weil Tenet ist ja rückwärts und vorwärts wirklich identisch. Ja, aber, aber worauf ich jetzt hinaus will, das hat nämlich scheinbar niemand bemerkt, also auf jeden Fall weder in den Kommentaren bei Golem noch sonst wo, ist jemandem aufgefallen, dass meine Überschrift des Golem-Tenet-Artikels auch so ein Palindrom war. Das war nämlich, jetzt habe ich es aber selber vergessen, es sind Ödnisse, weil ich den Film manchmal etwas öde fand und das halt auch so ein Palindrom ist, was man vorwärts und rückwärts lesen kann. Ich habe den Artikel nicht gelesen. Moment, 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 das muss ich überprüfen. Jetzt, jetzt tu mal nicht so, als wenn es dir aufgefallen wäre, wenn du den gelesen hättest, dass die Überschrift ein Palindrom ist. Ey, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe den wirklich gelesen. Ja, aber das war der Clou. Ich meine, das war nicht meine Idee, das ist dem Peter Steinlechner eingefallen, der Gründungsglied der GameStar war und damals Actionredakteur und inzwischen bei Golem.de Spieleredakteur ist, dem ist das eingefallen. Stimmt, der wurde bei Raumschiff Gamester in dem Video ganz in der ersten Folge angeheuert als Steuermann oder so. Ja, ich erinnere mich. Ne, also, ich weiß zwar, ich wurde zwar fünfmal unterbrochen, aber wie gesagt, im Endeffekt, es gibt eine Zielgruppe, die mag das, die guckt sowas weg und sagt, ja, hatte dann eine gute Zeit damit. Aber nein, alle anderen, allen anderen kann ich den Film eigentlich nicht empfehlen, gerade so unter uns den ersten ist das, ja, ganz, ganz, ganz leichte Kost. Vielleicht ähnlich wie jetzt Bora 2, der Ende des Monats kommt, da bin ich auch mal sehr gespannt, wie der Trump durch den Kakao zieht. Oh, Alter, habt ihr den Trailer gesehen? Ja. Ich hab so Bock drauf, Bora 2. Ich hab Bock drauf, aber ich hab den Trailer nicht gesehen. Ich traue einfach, Sacha Barone Cohen einfach durch die Bank zu schicken. guck den Trailer an, weil er wurde erkannt als Borat und dann als Borat muss er sich nochmal verkleiden, weil er als Borat erkannt wird und macht immer eine zweite Figur. Ah, geil. Aber guck dir den Trailer an. Bitte, bitte mach das. Das war, das war, das wollte ich, das wollte ich. Aber warte, ich muss doch garantiert nur noch eine Woche warten, bis der Film kommt, oder? Der müsste doch jetzt schon bald erscheinen, oder? Bei Amazon, glaube ich, oder? 23. Oktober. Ja, so lange kann ich jetzt auch ohne den Trailer gesehen zu haben warten. Das, das halte ich aus. Nein, guck's an. Oh, du besorgst den Screener. Ja, ja. Sehr schön. Aber das ist ein guter Punkt. Wir hatten's vorhin schon mal erwähnt, die Sachen kommen momentan natürlich fleißig raus auf unseren Streamingportalen. Ich hab jetzt zum Beispiel auch, was noch nicht rausgekommen ist, Star Trek Lower Decks, die ersten Folgen, oder die ersten sieben, acht Folgen geguckt. Das macht schon Spaß. Übrigens da die Synchronstimme, auch von Jack Quaid von The Boys, auch da schließt sich wieder der Kreis. Extrem viele Referenzen auf die alten Star Trek Serien und das spielt im TNG-Universum, also alle, die wahrscheinlich da, aus der Ära kommen, haben da schon ihren, oder können da ihren Spaß dran haben. Klar ist das Pacing und die Erzählstruktur schneller bei so einem Zeichentrick als bei einer Realserie, aber wenn das dann mal in Deutschland offiziell zur Verfügung steht, kann ich euch Lower Decks schon empfehlen. Das macht schon Spaß. Ey, da bist du aber der Erste. So weltweit gesehen, hab ich bisher immer nur von allen, auch besonders von so Trackies gehört, dass die das so super schlecht finden und dass das auch bisher nicht für den internationalen Markt angekündigt war, weil keiner das haben will, weil das sich keiner zeigen will. Ja, das waren wohl Gerüchte, das hängt aber eher damit zusammen, dass die Serie so kurzfristig in den USA rauskam, weil sich die Realserie Discovery verschoben hat, wegen der Post-Production und Corona und die Animationsserie war deutlich schneller dann verfügbar und konnte gesendet werden und deswegen waren die Verhandlungen auf dem europäischen und auch deutschen Markt einfach noch nicht so weit, dass die parallel das irgendwie hätten ausstrahlen können und genauso dann natürlich auch die Synchronen nicht. Daran hängt das. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Serie auch recht schnell dann jetzt irgendwann, sobald die sich einig sind, mit wem auch immer, gesendet wird. Und mit den Leuten, also mit den Trackies würde ich gerne mal reden, was den an dieser Serie stört. Entweder mögen sie generell Animationsserien im Star Trek-Umfeld nicht, dann sag ich okay, das kann ich verstehen. Wer damit nicht ... Ich glaube vor allem, die meisten fanden den Humor an sich nicht lustig. Das war das Hauptproblem. Ich glaube, es war nicht mal irgendwas mit Star Trek der Kritikpunkt. Ich selbst kann es jetzt nicht beurteilen, aber ich finde es gerade deswegen gut, von dir auch mal jetzt eine andere Stimme zu hören. Ich will auf jeden Fall selber mal reingucken, aber ich finde es jetzt gut, dass es nicht nur negativ war, weil ich habe auch das Gefühl, bei manchen, die waren halt mit PK nicht zufrieden und dass es noch so ein bisschen so ein Gräuel auch gegen CBS im Hintergrund auch noch mitschwingt und deswegen jetzt gerade alles blöd ist, was mit Star Trek zu tun hat. Das glaube ich nämlich auch eher. Also Max, vielleicht ist es nicht der Superhumor, aber ich finde gerade allein diese ganzen Anspielungen und Referenzen, jetzt Folge 8 zum Beispiel, da sind sie dann auf dem Holodeck und machen dann quasi die Serie zum Kinofilm und schwupp geht das Bild auf 16 zu 9. Es wirkt sofort, auch Lance Flares werden mit eingefügt. Die parodieren so viel oder diesen klassischen Flug aus dem ersten Star Trek Film, wo gefühlt 10 Minuten, die um das Raumschiff nur fliegen, solche Sachen, also es wird fast alles dann irgendwie angespielt, parodiert. Selbst Qt gibt es in einer Folge, es gibt ein kurzes Gastspiel, so ein kleines Cameo, auch von John Delancey gesprochen. Qt? Hast du Q gerade Qt genannt? Nee, Qt, Entschuldigung. Dann war es meine falsche Aussprache. Qt natürlich, John Delancey. Vielleicht war es auch ein Verbindungsfehler. Es hat sich nur bei meinem Kopf bei uns angehört. Und ich musste lachen, weil es halt, man könnte ihn auch Qt nennen. Ich finde ihn schon auch ein bisschen niedlich. Ja, eigentlich schon. Ja, also, nee, würde mich dann auch später, wenn es dann mal verfügbar ist und du da vielleicht doch mal reinschaust, würde mich mal interessieren, wie dir oder wie euch das generell auch gefällt. Also wie gesagt, ich hatte meinen Spaß damit und es ist ja auch schnell weggesnackt. Es ist eine Animationsserie, 20 Minuten die Folge, da, ja, mir hat es Spaß gemacht. Ich finde es nur fair, dass Star Trek Fans genauso leiden müssen wie Star Wars Fans. Word. Ja, aber so schlimm finde ich es nicht. Also, so schlimm finde ich jetzt, ich fand auch PK extrem schlimm am Ende, aber leider. Ja. Aber trotzdem, ich weiß nicht, ob man das so pauschalisieren kann, dass man da so extrem drunter, man hatte halt noch durch das Serienformat noch mehr Auswahlmöglichkeiten als da kommt so ein Film ins Kino und verdirbt einen alles. Aber, ja, da wird ja noch mehr kommen, ne, neben der Pike-Serie und der nächsten Discovery-Staffel und, und, und. Und ich finde halt auch nur logisch, diese Serie, übrigens diese Zeichentrick-Animationsserie, ist sogar eher auch fürs ältere Publikum. Also, es ist jetzt keine Kinderserie. Da soll ja auch noch was kommen, weil die wollen natürlich auch Nachwuchs generieren. Also, CBS möchte ja auch junge Leute an das ganze Thema ranführen und deswegen ist es ja auch nur verständlich, warum die vielleicht diesen Weg gehen, was Star Wars ja schon lange gemacht hat mit ihren Animationsserien für Kinder. Wobei ich, was ich unverständlich finde insgesamt an allem, was CBS halt macht, beziehungsweise, man weiß ja warum, dass halt diese J.J. Abrams-Reboot-Kinofilme, quasi auch was Autarkes, Separates sind, was ja auch von CBS, also mit CBS so direkt nichts zu tun hat, weil da ja diese Rechte dann so gesplittet wurden für diese Kinosache. Genau. Und deswegen will CBS das ja auch nicht wirklich supporten, weil sie selbst da weniger von hätten. Aber das ist halt so schade aus Star-Trek-Sicht, weil man das Gefühl hatte, dass die Reboot-Kinofilme es geschafft haben, was Modernes, Neues zu machen, was anders ist, aber dennoch trotzdem auch noch vielen gefallen hat. Sowohl neuen, als auch alten Trekkies, sag ich jetzt mal. Das hatte noch die größte Schnittmenge an Leuten, denen das Spaß gemacht hat. Und ausgerechnet das, was am besten für viele Leute funktioniert hat, ist halt quasi tot jetzt. Obwohl man ja immer die Hoffnung hatte, hier Tarantino macht nochmal einen Film oder dass da irgendwie noch ein vierter Teil aus der bisherigen Serie kommt. Aber dass das jetzt alles so völlig tot ist, das ist schade, weil diese ganzen Serien können sie doch machen, wie sie wollen. Die muss ich ja nicht gucken. Das ist mir dann irgendwann egal, wenn mir das nicht gefällt. Aber dass das, was ich einigermaßen cool oder noch mit dem meisten Potenzial empfunden habe, dass das halt nicht mehr weitergeht, das ärgert mich ein bisschen. Ja, unterschreibe ich. Also leider war natürlich der dritte Teil auch von finanziellen Aspekten nicht mehr so erfolgreich. Das ist sicherlich auch der Grund, warum sich dann hinausgezögert hat. Dann wollten sie Chris Hamthorffs auch zurückholen. Hat dann auch nicht geklappt aus finanziellen Gründen alles. Und deswegen liegt das momentan so ein bisschen brach. Gebe ich dir absolut recht. Finde ich auch schade. Aber ja, Time will tell. Vielleicht kommt da doch nochmal was. Okay, also ich wollte es auch nur kurz. diese ominöse Tarantino-Star-Trek-Film. Ja, 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 ja. Vielleicht. Also das sind ja alles Möglichkeiten. Ich wollte es eigentlich auch nur ganz kurz mal anreißen, weil ich es im Podcast jetzt noch nicht erwähnt habe, dass ich da in Lower Decks schon mal ein bisschen reingeschaut habe. Und das erst mal, also mir gefällt es besser als zum Beispiel Picard, weil das ist stimmiger als Picard, als es so blöd es klingt. Das ist vielleicht dann, da regt man sich nicht so auf, weil da gibt es nicht so diese Logiklöcher oder Probleme und diese Idee von den Lower Deckern, also dass es dort halt um Offiziere im unteren Bereich geht und nicht in der Hauptcrew der Brückenbesatzung, wobei die auch auftaucht natürlich. Das gab es ja auch schon in der TNG-Folge. Also das ist ja jetzt nicht komplett neu und das, wie gesagt, in der Summe hat das einen Charme und macht Spaß und ja, Schauempfehlung oder auf jeden Fall mal, man sollte mal reinschauen für die, die Star Trek-affin waren oder sind. Sollte ich mal eine Folge mit Alexander Vogt machen darüber. Ja. Dann würde ich Folgendes vorschlagen, ich bin da soweit auch mit meinen Filmen durch. Ich hatte ja schon mal erwähnt oder ich hatte schon vorab gekündigt, auf einen Punkt noch mal zu sprechen zu kommen, wo ich gern auch eure Meinung hören möchte, ist nämlich so ein bisschen das Huhn-Ei-Problem. Momentan, es kommen momentan gerade aus den USA keine Filme in die Kinos, dadurch haben die Kinos Probleme. Moment, 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 Moment. Ja. Aber noch nicht über Bill & Ted 3. Da können wir aber gleich übergehen. Das nehme ich als Main Feature. Bill & Ted kommt gleich, Schatz. Ach so. Lass uns mal eben kurz, das muss ja jetzt auch nicht ausufern, aber es gibt halt momentan ja keine, also sie trauen sich nicht, die Filme, weil sie zu teuer sind, in die Kinos zu bringen, weil keiner reingeht und in die Kinos geht keiner rein, weil halt die teuren Filme nicht kommen. Voll die Lüge übrigens. Was denn genau? Ne, ich wollte nur, weil der einzige Film, den ich aktuell gesehen habe, dann kann ich das nämlich auch mal bei der Gelegenheit abfrühstücken, was ich gesehen habe. Never Rarely, Sometimes Always. Niemals, selten, manchmal, immer. Der ist jetzt gestartet, am 1. Oktober und ist einer der besten Filme, also es ist für mich bisher der beste Film des Jahres, war bei Sundance im Januar, wo ich den zum ersten Mal gesehen habe, der beste Film und Leute, geht da rein, guckt euch den an. Es läuft also, gerade ist frisch angelaufen, der beste Film des Jahres bisher im Kino. Besser als Bad Boys? Wahnsinn. Die Frage war so blöd, dass ich es nicht beantworten werde. Nein, alles gut, das war ein Spaß. Ja. Ne, um was geht's? Wenn es der beste Film des Jahres geht, dann muss da ja alles drin sein. Vor allem hat er es zweimal geschafft, mich so zum Weinen zu bringen, dass mir wirklich Tränen, die Wangen runtergelaufen sind, noch und nöcher. Und zwar immer an derselben Stelle, auch beim zweiten Gucken, wo ich schon wusste, was kommt. Es ist der neue Film von Eliza Hitman, mit zwei T geschrieben, also sie ist keine Auftragskillerin. Und Story eigentlich sehr simpel, klingt jetzt erstmal nicht spektakulär. Ein 17-jähriges Mädchen aus Pennsylvania, aus so einem Vorort, ist ungewollt schwanger und erfährt das und möchte dieses Kind abtreiben, aber nicht, dass ihre Eltern das erfahren. Und sie erfährt dann bei so einer Beratungsstelle, dass das in New York möglich ist. Also sie fährt dann nach Manhattan mit dem Bus, mit ihrer Cousine, die auch so ihre beste Freundin ist, würde ich sagen. So hat man das im Film zumindest mitbekommen. Und man sieht halt diese, wie so ein Roadtrip, diese Reise, die sie machen, dieses Ausbüchsen, also Geldklauen, Ausbüchsen und dann halt diese ganze Prozedur der Abtreibung, dass das halt alles dann natürlich viel komplizierter ist, als sie sich das vorgestellt hatte und halt vor allem länger dauert, dass sie dann halt so mehrere Tage dann alleine da auf Manhattan ohne Unterkunft sich noch durchschlagen müssen. Und die Sache ist aber, dass dieser Film erstmal von den Kulissen, den Schauspielern, die fantastisch sind, auch gerade die beiden Hauptdarstellerinnen, auch eigentlich so No-Names, die die eine hat doch nirgendwo vorher mitgespielt und die andere so in ein paar Sachen, aber nicht wirklich, dass man sie kannte. Wahnsinnig authentisch alles gespielt. Aber die Kulissen, alles, das wirkt fast schon dokumentarisch echt, was das für ein Detailgrad hat. Und ja, alle Hintergrunddarsteller, gerade wenn die da in Manhattan sind, ob das jetzt draußen auf den Straßen ist oder in der U-Bahn, das wirkt ultra echt. Aber die Art, wie es gefilmt ist, wie viel Gespür da für mit der Kamera Emotionen unterstützen, mit der Kamera erzählen, ohne dass immer so viel geredet wird, das ist alles so sehr, sehr, sehr kunstvoll und sehr, sehr poetisch gemacht. Aber das Krasse ist halt, diese Thematik interessiert mich jetzt aus, also das ist nichts aus meinem echten Leben. Es ist auch nicht so, dass ständig in diesem Film jetzt über Abtreibungen geredet wurde oder dass man das Gefühl hat, das ist ein Abtreibungsfilm, sondern das Krasse ist, es ist eine sehr natürliche, eine sehr natürliche, unübertriebene Herangehensweise, mir wirklich als mittelaltem weißen Mann zu vermitteln, wie sich diese Teenager-Mädchen in dieser Situation fühlen müssen. Etwas, was ferner von meiner Realität nicht sein könnte und ich habe es komplett von der ersten bis zur letzten Sekunde verschlungen und war so mit voller Empathie und mit vollem, fast am eigenen Leib alles zu erleben, an diesen Personen dran und habe sie nicht nur in mein Herz geschlossen, sondern habe komplett ihre Ängste, ihre Momente, in denen sie stark sein müssen und all das selber durchlebt beim Gucken. Aber nicht so, als wenn ich, und der Film zeigt auch viele intime Momente und er zeigt sie auch sehr intim, ohne da immer bei jeder Sache wegzuschneiden oder die Kamera wegzudrehen oder solche Geschichten. Ist halt ein Indie-Film, da macht man mal eher Sachen, die so im typischen Mainstream-Studio-Film nicht gezeigt werden würden. Aber er hat sich nie angefühlt wie ein voyeuristischer Film. Und es ist auch nicht so ein Film, der so, wie nennt man das, so gefühlsdusselig nur auf Emotionen oder nur auf Tränendrüse drückt, sondern er ist schon, er schafft diese Transzendenz, dich durch die Art seiner Bilder und dieses sehr krass gute Schauspiel der Hauptfiguren auf eine nicht billige Art diese Emotionen auszulösen. Und es kommt mehr vom Unterbewusstsein, es kommt mehr dadurch, dass dein Kopf rattert, dass du Sachen begreifst, die du gerade, wenn du nie selber ein Teenager-Mädchen warst, wenn du nie selber in dieser Situation warst, ein Kind abtreiben zu wollen, dass dein Kopf trotzdem immer mehr rattert, rattert und diese Illusion in deinem Kopf aufbaut, wie das sein muss. Und das war beim zweiten wie beim ersten Mal packend und es war ja so, dass ich, und ohne da jetzt was zu spoilern, der Moment, in dem ich immer wirklich weinen muss, ist nicht, weil es so traurig, weil da irgendwas sehr traurig ist oder irgendwie sowas, sondern weil man sieht, wie die Schutzbarrieren einer Person, die psychologische Schutzhülle, die sie um sich herum aufgebaut hat, um nach außen hin immer stärker auszudrücken und sich besonders erwachsen zu geben, wie das in einem ganz signifikanten Moment zusammenbricht, von einer Sekunde auf die andere. Und dieses Zusammenbrechen und völlige Entmanteln dieses Menschen, das ist überwältigend. Und auf die Art ist es emotional. Und vielleicht auch, weil der Film so fucking gut ist, dass ich einfach nur mir die Tränen komme, weil er so gut ist. Ich habe fertig. Krass, Daniel. Danke. Ich wollte dich auch vorhin nicht übergehen. Tut mir echt leid. Hatte ich nicht auf dem Schirm. Thomas war mit so vielen Themen gerade dabei, dass ich dich da leider fast vergessen hätte. Danke. Keine Angst. Keine Angst. Ich meine, ich bin froh, dass einer der Hauptgründe, warum ich die Filmkritik mache, funktioniert, weil es ist ja gerade deswegen, um Leuten zu erzählen. Es gibt da halt auch noch diese Filme und da sind manchmal Highlights dabei. Und das ist halt auch dieser Übergang vielleicht dann zu dem, was Jan-Michael jetzt auch schon ansprechen wollte mit diesen Verschiebungen und die Filme fehlen. Ich sehe das halt eher so, dass das Kino im Allgemeinen, gerade die großen Multiplex-Kinos, und das hatte ich mit Patrick aus Jürth auch schon oft angesprochen in unseren Podcasts und auch in anderen Podcasts, wenn wir da mal zu Gast waren, auf das Thema angesprochen wurden, dass es den Kinos schlecht geht oder dass die Kinos sich in so einer festgefahrenen Lage fühlen, dass sie im Grunde nur noch von den großen Filmstudios rumgeschubst werden und nur noch ihr Geld mit den krassesten Blockbustern machen können, aber die Studios immer mehr von dem Geld selber behalten wollen und sie dann nur noch durch Popcorn Geld verdienen können. All diese Geschichten. Das war ja schon vor Corona eigentlich ein krankes System, was auf lange Sicht spätestens durch den Erfolg von Netflix, Amazon Prime und Co. zum Scheitern verurteilt war. Corona hat das alles jetzt nur noch mal beschleunigt. Der Meinung sind ja, glaube ich, eigentlich fast alle. Aber gerade jetzt kamen in den vergangenen Monaten Filme teilweise in der Woche mal so exklusiv als die einzigen Neustarts, Neustarts, die nennenswert sind, raus. Monos, The Climb, heißt ja eben jetzt Never Rally, Sometimes Always, Waves. Diese absoluten Highlights von den Filmfestivals, die vielleicht sonst nur in Programmkinos gelaufen sind, die kamen dann plötzlich auch in den großen Kinos Mangels, Alternativen. Und gerade dann hätten alle Filmkritiker, die Kinos selbst, diese Filme mal noch stärker pushen müssen, noch mehr die Leute darauf stoßen müssen, gebt denen mal eine Chance. Und sich nicht nur darauf konzentrieren sollen, monatelang davon zu erzählen, dass irgendwann dieser Tenet im Kino läuft. Weil egal, ob der jetzt geil oder scheiße ist, es ist doch klar, selbst wenn das der größte Welterfolg gewesen wäre, dass dieser Tenet alleine niemanden retten kann, weil danach muss es weitergehen. Und selbst wenn James Bond und Wonder Woman dieses Jahr gekommen wären, selbst das hätte nicht gereicht. Sie brauchen eine gesunde, sag ich mal, Mittel, wie nennt man das, in der Gesellschaftsstruktur Mittelschicht. Eine gesunde Mischung. Ja, eine gesunde Mischung. Genau, genau, genau. Und schon seit Jahren hätten gerade die Kinos selbst das Kuratieren und das Bewerben stärker selbst in die Hand nehmen müssen, um dagegen zu steuern, so massiv abhängig zu sein von diesen Tentpole-Studio-Movies. Und das fällt ihnen jetzt so hart auf die Füße. Ja, aber denkt dran, wir als größte Bewunderer von dem neuen Blade Runner, Dune sollte dieses Jahr kommen. Dune! Der ist jetzt auf Oktober verschoben, nächstes Jahr. Ja, ja. Die Verschiebungen sind natürlich für gerade auch einfach so aus Film-Gucker-Sicht schade. Also, das hätte ein sehr starkes Kinojahr werden können, wenn die Filme halten, was sie versprechen. Also, ich verstehe deine Sicht oder die Sichtweise, wie du sie gerade argumentiert hast. Aber ja, du hast es gerade schon kurz angerissen. Im Endeffekt leben die Kinos, gerade die Multiplex-Kinos vor allem, natürlich nur oder fast nur noch von diesen Blockbustern, weil da laufen die Leute ins Kino. Für diese kleineren Filme, die es aber absolut verdient haben. Ja, aber das ist ja wie gesagt, eigentlich ist das eine schlechte Situation und ein hausgemachtes Problem, weil das ja sich so, auch dadurch, dass die Kinos es schon vor langer Zeit zugelassen haben, dass das die Richtung ist, in die der Markt geht, haben sie quasi alles andere in Kauf genommen, dass das erstickt und nicht gesehen, dass das auf lange Sicht für sie selbst schlecht ist. Mhm, ja. Natürlich. Aber auch das, ich habe ja 17 Jahre im Multiplex gearbeitet und habe das ja auch miterlebt in den ganzen Jahren, du merkt es halt, sobald kein Blockbuster-Triple-A-Film lief, war es halt leer oder ruhig im Kino. Klar sind dann welche ins Kino gekommen, aber diese Filme hatten es dann deutlich schwerer. Klar hätte man jetzt mehr Werbung machen können, aber da fehlt scheinbar das Vertrauen der Kinos dann für solche Filme. Was gut läuft aktuell, sind natürlich immer Kinderfilme. Also die funktionieren. Wenn ich Filme empfohlen habe, die nicht von Disney, Sony oder Universal kamen, Warner, die Großen halt, dass es dann immer hieß, will ich unbedingt sehen, aber ich kann dafür nicht so weit immer fahren. Und das einzige Kino, wo das in meiner Umgebung läuft, ist halt auch schon mega weit weg. Und wenn du in so einer Situation bist, bist, dann kannst du selbst, wenn du Bock auf so einen Film hättest, dein Geld dafür nicht ausgeben. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht, weil in meiner kompletten Umgebung, also ich müsste nach Stuttgart fahren, um mir einen Arthouse-Film anzugucken. Das wären... Das sind ja noch nicht mal Arthouse-Filme. Also... Nee, nee, ich meine, um Programmkino oder mal was anderes zu sehen. Weil ich habe hier nur ein... Bei uns hier hat eine neue... Das heißt Forum. Das ist eine neue Kette. Die hat hier aufgemacht. Die dominieren hier die... Die Kinos. Also die haben... All die Kleinen haben die alle aufgekauft. Die wurden alle abgerissen. Die wollten... Monopol hier. Ich habe hier keine Möglichkeit, in ein kleines Kino zu gehen, um mir mal was anderes anzugucken. Ich habe keine Möglichkeit. Ja, und gerade die Kinos, die halt nicht Multiplex sind, was ja auch nochmal eine andere Variante von Kinobetrieb ist, hier in Berlin, was natürlich auch eine prädestinierte Situation ist, für so ein kleines Kino, um diesen Einzug an Interessierten zu haben und diese Menge an Leuten, die dann auch wirklich jeden Abend kommen, die programmieren halt alles selbst. Die zeigen aber auch neue Sachen. Da kann es auch mal sogar sein, dass in so einem kleinen Programmkino auch ein Avengers läuft. Das schließt sich nämlich nicht aus. Aber die haben halt am selben Tag irgendwie eine Wiederaufführung von allen Filmen von einem Regisseur, der gerade verstorben ist. Hier irgendwie Milos Formen-Retrospektive, die picke, packe voll ist, weil alle nochmal Kuckucksnest im Kino sehen wollen, Amadeus im Kino sehen wollen, der Mondmann im Kino sehen wollen. Dasselbe war auch, als der Regisseur von Schweigen der Lämmer gestorben ist, da war ich auch dann in dem Kino und habe mir das alles nochmal im Kino angesehen. Parallel dazu eben aktuelle Sachen und dann laufen auch nochmal das ganze Jahr über die Highlights des Jahres. Das heißt, wenn ich jetzt Bock hätte, so ein hier Once Upon a Time in Hollywood nochmal zu gucken, dann läuft der auch hier noch in Programmkinos, auch inzwischen 70 Millimeter analog oder mit seiner richtig geilen Digitalprojektion. Also die haben alle technisch auch ordentlich was zu bieten, auch ein geiles Bild und einen geilen Sound. Das ist nicht dieses Klischee von da sitzt du wie im Wohnzimmer mit dem schlechtesten Beamer der Welt oder so. Aber diese Macht zu haben, zu sagen, wir stellen selber ein gemischtes Programm zusammen, wovon wir glauben, dass wir damit ein maximales Publikum auch erreichen können, aber wir können dann auch von dem Geld, was wir durch die Tickets einnehmen, mehr behalten. Wir sind nicht so abhängig von irgendwie dem einen krassen Blockbuster, wo das Studio uns dann auf der Nase rumtanzen kann, wie es will, wie viel wir dann am Ende davon abbekommen und uns dann noch vordiktieren, in wie vielen Sälen wir den Film ausstrahlen müssen und so. Da machst du dich dann so natürlich frei. Was aber auch stimmt, ich weiß nicht, inwieweit halt die großen Multiplexe überhaupt tragfähig wären mit sowas in die Richtung. Ja, das ist das Problem. Also das sind halt völlig verschiedene Modelle. Weniger Kosten hast du natürlich, wenn du weniger Säle hast und weniger Personal brauchst und so, weil du gar nicht den Anspruch hast, dass unbedingt irgendwie eine Million Leute bei dir in deinem Kino Avengers gucken müssen, einmal im Jahr oder sowas. Ja, hier gibt es nur Großkinos. Das ist so, haben die Kleinen alle aufgefressen und die könnten ja noch, also die Säle sind ja noch da, die verstauben jetzt einfach, bis sie irgendwann abgerissen werden. Ja, aber vielleicht die wichtigste Frage, Franka, wie sieht es in Österreich aus? Ja, ich wollte dir was dazu sagen, aber ich wollte dich aussprechen, lassen. Also ja, in Wien logischerweise gibt es alles, ja, von den Großkinos bis zu, nein, wirklich, also von kleinen Club-Sälen mit, mit shitty Leinwand bis zu kleinen Nische-Kinos, wo wirklich Sachen rennen, die im großen Kino nicht laufen, von gemischten Sachen und zu den großen Ketten-Kinos, wo, wo halt wirklich die, die Masse rennt, ja, gibt es wirklich ziemliches großes Angebot. Wir haben Gott sei Dank auch englische Kinos, mehr als eines, was ich sehr praktisch finde, wenn man aufs Land geht. Also ich bin ja auch nicht in Wien aufgewachsen, aber jetzt auch nicht im kompletten Land, ja, muss ich auch dazu sagen. Aber ich weiß es halt deshalb, also da sieht es dann wieder anders aus. Ich komme jetzt aus einer Stadt mit circa 60, 70.000 Einwohnern, da gab es halt ein Kino, das war ein Stadtkino, das war ganz ein kleines und dann hat ein Cineplex aufgemacht, das ist ein größeres, aber auch so ein Kettenkino, und ansonsten gab es halt gar nichts und wenn man irgendwo anders gewohnt hat, so im Umkreis von, keine Ahnung, 50, 70 Kilometer, dann musste man halt dort in dieses eine Kino fahren und da lief halt die Masse, ja, das war's. Und ja, das zieht sich so bei uns am Land durch. Ich glaube, vielleicht haben sie es jetzt ein bisschen ausgebaut, aber im Großen und Ganzen ist das, die Auswahl außerhalb Wiens sehr beschränkt, würde ich sagen. Aber in Wien ist doch Europas größtes IMAX-Kino. Ja, ja, in Wien gibt es alles, also in Wien gibt es wirklich viel, also da beschwer ich mich eh nicht. Macht aber nur Sinn bei den großen Filmen, die dafür auch ausgelegt sind. Vielleicht jetzt noch in Tenet halt, weil der mit IMAX-Kameras gedreht worden ist, aber für die Filme, die auch gerade Daniel meinte, die wahrscheinlich auch wirklich sehr gut sein werden, brauchst du aber nicht dieses, diese Technik und dieses Effektgewitter und das ist halt dann das Thema. Und die haben halt vor allem das Problem und die sind natürlich am meisten verbreitet in Deutschland. Programmkinos oder so oder hier in Soos gibt es ein Kino mit drei Seele. Klar geht es ihm auch momentan nicht super gut, aber der kriegt das schon deutlich besser geregelt und er hat halt jetzt dann Sitzreihen umgebaut in ein Premium-Sitze, wo du noch mehr Komfort hast. Das kostet dann ein bisschen mehr, aber er hat den Platz momentan, weil er kann eh nicht so die Seele, er kriegt die Seele ja eh nicht voll. Also dann muss man halt umdenken und umdisponieren oder halt sich andere Wege überlegen, wie man das Ganze aufbauen kann. Und das ist halt, was ich meine, das hätten die Multiplex schon vor langer Zeit schon durch die Bedrohung, durch Streaming, dadurch, dass Disney auch auf lange Sicht immer mehr zu Disney Plus eh gezogen wäre, hätten diese Alternativwege und dieses breitere Programm, um auch wieder Zuschauer zu erreichen, die man über die Zeit komplett verloren hat, wieder aufbauen müssen. Und mir ist auch gerade eingefallen, Parasite war so ein Beispiel für einen Film, der es geschafft hat, auch natürlich durch diese Oscars einen Hype aufzubauen, der viel größer war, als es eigentlich so ein Film normalerweise schafft. Und der hat dann auch sehr viele Leute ins Kino gezogen, die sonst gar nicht gegangen wären. Das heißt, wenn man jetzt sagt, klar, so ein Parasite war zwar erfolgreich für so einen Film, sehr erfolgreich sogar, international gesehen auch, aber er war ja trotzdem bei weitem nicht so erfolgreich wie ein Avengers oder sowas. Ja, aber du hast halt das Avengers-Publikum, das hast du ja sowieso schon. Das Parasite-Publikum bestand zu einem großen Teil garantiert aus Leuten, die sonst gar nicht gegangen wären und diesen Avengers auch gar nicht geguckt haben. Die kriegst du dann zusätzlich dazu. Und mit allen Benefits, die das mit sich bringt, dass man halt Disney mehr vom Ticket abgeben muss, als denen die Parasite ins Kino gebracht haben und all solchen Geschichten. Das heißt, das meine ich halt mit dieser Mischung. Es geht mir ja auch nicht darum, weil ich ja auch selber viel zu oft Bock drauf habe, jetzt, dass Multiplexe auch Programmkinos komplett werden müssten oder dass Blockbuster generell raus müssen oder scheiße sind, sondern eben diese komplette Abhängigkeit nur von Blockbustern und ein paar Komödien. Das ist der Fehler gewesen und das ist halt, hätte jetzt fast schon eigentlich auch vor Corona längst zu spät gewesen, so ein bisschen die Mentalität des Publikums und die Kultur der Kinogänger aktiver ein bisschen zu verbreitern und wieder Leute zurückzugewinnen, eben, die das Kino schon aufgegeben hatten und sich nicht mehr dafür interessiert haben, von denen es bestimmt viele gab. Martin Scorsese zum Beispiel. Ich bin zermüht, ey, ohne Scheiß, ich habe heute einen Zehn-Stunden-Tag hinter mir. Seid bitte ein bisschen zu mir. Wir sind ja eh lieb zu dir. Thomas, mach mal ein nettes Flashback, weißt du noch, wo wir gemeinsam im Kino waren? Face to Face. Thomas, hol dir mal einen Tee. Hast du noch vergessen? Nee, nee, Chronicle. Chronicle, waren wir zusammen im Kino. Keine Ahnung, welcher Film es war, ich weiß nur, dass es lustig war. Der Chronicle, der auch Superhelden-Teenager-Film. Ja, stimmt. Ja. Geschrieben von Max Landis. Das war der Durchbruch als Independent-Produktion oder ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, doch, ich glaube, der wurde dann nur gekauft von einem Studio. Aber auf jeden Fall, er und Josh Trank haben das quasi, die kannten sich, haben sich als Studenten kennengelernt, haben das halt als ein Independent-Projekt quasi gemacht. Und, also das ist der Autor und Showrunner von Dirk Gently, der auch der Autor von Bright ist, der mit Chronicle seinen Durchbruch hatte. Und so zerbröselt der Keks nun mal. Thomas, das hast du so oft gesagt. War das nicht so? Oder war das der Keks? So oder so. Ja, also ich bin sehr gespannt, wie viele Kinos es nächstes Jahr noch gibt. Also ich bin eh überrascht, dass es in Deutschland momentan noch so stabil ist. Also in meinem Umkreis jedenfalls, was ich so mitbekomme. Andere Ketten machen ja dann in anderen Ländern schon, ich glaube, Cineworld hat irgendwie schon zig Filialen dicht gemacht erst mal. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Weil die Großen dürften eigentlich damit nicht lange überleben können auf Dauer. Die Kleinen haben wir ja gerade drüber gesprochen, eher schon. Und da kommen wir ja vielleicht noch, vielleicht bringen wir da jetzt mal, dann kommen wir ins große Finale zu dem Punkt, über den wir noch sprechen wollten, warum dieser Podcast auch zum Teil entstanden ist, weil wir über Twitter über volle Kanahoshi gesprochen haben. Denn es gab einen Film, der eigentlich auch ins Kino kommen sollte, der dann nur einen Tag ins Kino kam, wo ich mich schon gewundert habe, warum kommt der nur einen Tag ins Kino? Die Auflösung kam auch dann, ich glaube, entweder an dem Tag oder kurz davor, ja, weil er fast parallel oder weil er am gleichen Tag dann auch parallel bei den Streaming-Anbietern zur Verfügung stehen wird. Nämlich, wir sprechen natürlich jetzt einmal über Bill und Ted Faith the Music oder der deutsche Titel Retten das Universum, wenn ich mich nicht irre. Eine, auch eine Neuauflage beziehungsweise eine Fortsetzung auch aus den 90er Jahren in dem Falle, nicht 80er, sondern jetzt mal sind wir in den 90er Jahren gewesen mit Bill und Ted, mit Keanu Reeves in der Hauptrolle und Fun Fact, die Tochter von Bill ist die Frau Wieving, die Tochter von Agent Smith aus den Matrix-Filmen. Ist es die Tochter oder die Nichte? Es ist die Tochter, das siehst du auch und die hat auch zuletzt in Ready or Not in diesem etwas amüsanten Horrorfilm mitgespielt. Genau, genau. Ja, die Bride, die Braut hat sie da gespielt. Ja, und aber eigentlich wollen wir ja über Bill und Ted sprechen und ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, wie ihr den Film, ah, wo und wie ihr den konsumiert habt, in welcher Sprache, ja, und was ihr von den, von der Fortsetzung von Bill und Ted 3 haltet. Wer möchte anfangen? Ähm, Frank, hast du, Ja? Hey, hol, 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 hol. Ihr Vater, Ihr Vater, Simon Wieving, also es ist nicht die Tochter, sondern die Nichte, das hatte ich doch richtig erinnern. Okay, ich hab's, schwören können, ich hätte gelesen, dass das die Tochter ist, aber ich glaub dir natürlich, selbstverständlich. das, das hat bestimmt jemand schlecht recherchiert, wo du's gelesen hast. Wahrscheinlich. Ist das denn wichtig? Ist das denn richtig? Ihr Onkel Hugo Wieving ist Film- und Theaterdarsteller. ich seh's auch gerade. Samara Wieving, genau. Aber ich finde irgendwie... Ich musste das einbringen, weil ich habe Bill & Ted 3 noch nicht gesehen. Ich habe kürzlich den ersten und zweiten nochmal aufgefrischt, um bald den dritten auch zu gucken. Aber deswegen musste ich jetzt auch noch was beitragen. Das ist lieb, danke dir. Du hast ihn nicht gesehen? Nee, noch nicht. Also der ist ja jetzt auch seit kurzem erst in Deutschland verfügbar. Den gab es schon länger in Amerika. Da ist er ja auch zeitgleich zum Kino-Release veröffentlicht worden. Aber ich wollte da noch auf den deutschen Video-on-Demand-Release warten und hatte dann aber, weil der auch sehr plötzlich angekündigt wurde, also es gab bis vor kurzem noch gar keine Informationen, wann der bei uns erscheint, hat er mich ein bisschen überrumpelt und dann hatte ich einfach noch keine Zeit. Ja, es ging mir genauso. Ich war total überrascht, weil ich hatte auch nur die Ankündigung mit dem einen Tag im Kino und habe mich schon gewundert, warum denn nur einen Tag? Und ja, und dann, wie gesagt, ich glaube auch an dem Tag des Releases ach übrigens hier, ihr könnt ihn auch bei XYZ leihen und online gucken. Ja, das war schon sehr überraschend. Genau, genau. Wer möchte denn anfangen? Franka? Ich hatte zumal, also ich hatte ein paar Wochen vorher erst nachgeguckt, weil ich wissen wollte, wann er in Deutschland kommt. Und da gab es einfach noch gar keine Infos. Also nur um das abzuschließen. Es war jetzt nicht nur so, das wurde nicht so eine große Glocke gehangen, sondern es schien sehr kurzfristig entschieden worden zu sein oder ein anderer Grund fällt mir halt nicht ein, das nicht schon vorher anzukündigen. Also ich wusste, dass mir ähm Also ich hätte einen Grund, damit die Leute dann doch ins Kino wenigstens an dem einen Tag gehen, dass die Leute ins Kino gehen, bevor sie wissen, ach, wir hätten es auch zu Hause gucken können. Wer weiß, wer weiß, genau. Nee, nee, Jan hat gesagt, dass dass er Ende September eigentlich hier bei uns in Deutschland auf Demand rauskommt. Nee, da war der Kino-Release und deswegen ähm, ich müsste nachgucken, aber wir haben da sicherlich noch nicht über On Demand gesprochen, weil da war eigentlich dieser Kino-Release und da haben wir gesagt okay, weil dieser Kino-Release von dem Film kommt, deswegen dann podcasten wir nochmal über den Film. Das ist korrekt. Ja, da war halt ein Tag im Kino und dann wurde er wieder rausgenommen, was halt auch dumm ist. Ähm Ja, wie gesagt, das hat vielleicht was mit dem Auswertungsfenster oder mit dem Release parallel ähm, in den Streaming-Anbietern zu tun. Ich hab mich halt auch gewundert, aber warum sie es vorher nicht mit dem Streaming-Anbieter ähm, angekündigt haben, ist meine Vermutung, dass die Leute tendenziell wenigstens an dem einen Tag dann ins Kino gehen, ja. Und... Ne, mach dir nicht. Ähm, Daniel, kennst du die Originale? Äh, ja, also wie gerade schon gesagt, ich hab die nochmal aufgefrischt, äh, jetzt vor, weiß nicht, zwei, drei Wochen in Vorbereitung auf den dritten. Hatte die als Kind natürlich auch schon gesehen, bestimmt auch mehrmals. Wobei ich sagen muss, das ist wieder, genau wie ich's grad bei Karate Kid gesagt hab, die beiden Filme und irgendwie, weiß nicht, wahrscheinlich Time Bandits oder so und noch zwei andere ähnliche so vom Style und Humor her aus dieser Zeit, hab ich dann in meiner Erinnerung immer so ein bisschen durcheinander geworfen, weil ich die auch alle dann sehr oft wahllos immer so geguckt habe, wie wahrscheinlich Kinder heute ähm, normales Fernsehen gucken. Und meine Mutter, das ist ja bekannt aus dem letzten Podcast, hat ja alles, was interessant war, immer auf VHS aufgenommen, sodass wir tausende selbst aufgenommene VHS-Kassetten im Keller hatten. Und immer, wenn ich was gucken wollte, hab ich halt meistens nicht den Fernseher angemacht, sondern hab mir irgendeine VHS-Kassette geschnappt. Und das war halt, waren halt oft dann solche Filme, solche Klassiker, also was man heute als Klassiker bezeichnet, nur mein Gehirn ist sehr durchgemischt, was dann wirklich in diesen Filmen passiert ist, wenn ich mich daran versuche zu erinnern. Und deswegen hab ich den ersten und zweiten jetzt halt nochmal nachgeholt und war halt mega positiv überrascht, wie gut sie noch funktionieren und wie krass jetzt die Kreativität, die da drin steckt und auch, also auch die handwerkliche Kreativität teilweise mit den Practical Effects, so einen noch mehr, glaube ich, begeistert als früher, weil das heute halt so selten bis gar nicht mehr so gemacht wird. So eine Art von Film überhaupt würde keiner mehr bringen. Und sowas wie, ey Mann, wo ist mein Auto? Oder vielleicht auch so ein bisschen Jay und Silent Bob Strike Back, das waren ja auch so Filme. Ja, Wayne's World. Wayne's World, klar. Auch alles so Sachen, also Wayne's World ist ja sogar noch auch Kindheit, aber ich meine, so richtig, also die sind alle sicherlich inspiriert irgendwo oder beeinflusst auch von Bill und Ted, aber so richtig diese völlige Craziness und dieses jede noch so verrückte Idee wird da irgendwie eingebaut bis hin zu Androiden-Kopien und die sie umbringen wollen und solche Sachen. Das ist so geil irgendwie. Das versprüht so eine verrückte Art von kreativer Freiheit, die man aus Hollywood so selten, glaube ich, noch heute sieht. Und jetzt halte ich fest, Daniel, weil Franka hat heute das erste Mal Bill und Ted, also sie hat mir das geschrieben, sie ist jetzt bei 60 Prozent, sie hat heute das erste Mal Ich habe ihn angeguckt, ich habe ihn angeguckt. Also bitte. Also ich habe ihn mir angesehen. Der erste Teil heute noch. Heute noch. Also die Geschichte ist so, der Thomas schreibt mir letzte Woche als, wie soll ich sagen, Vorbereitung auf den Cast, also das wusste ich zuerst nicht, der schreibt mir eigentlich nur, ich soll mir Bill und Ted eins und zwei ansehen. Ich denke mir so, Alter, ich habe eh schon so wenig Zeit, geht sich wahrscheinlich nicht aus. Dann komme ich drauf, dass das auch ein Thema im Podcast ist. Ich denke mir, okay, fuck, ich sollte mir den ersten Teil zumindest anschauen. Und ja, ich habe dann im Prinzip zwischen zwei Terminen habe ich eine halbe Stunde Fahrzeit, äh, nicht eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde würde ich sagen, Fahrzeit. Und dann vom Podcast hatte ich noch ein bisschen Zeit, das habe ich mir in den Film in der U-Bahn slash in der Tanzschule slash beim Heimfahren slash kurz beim Podcaster nochmal angesehen, ja, damit ich mitreden kann. Aber ich habe ihn gesehen, aber ich habe nicht den zweiten Teil gesehen. Aber ich fand den ersten Teil so gut, dass ich mir den zweiten auf jeden Fall auch anschauen will. Also das ist... Das Verrückte ist ja, der zweite kam, glaube ich, ein Jahr später schon, ne? Ins Kino damals. Sehr schnell, noch den ersten auf jeden Fall. Also warte mal, es steht da 89 und 91. Ich weiß nicht. Okay, also nicht... War es wirklich so? Ich dachte, es wäre so viel schneller gegangen. Ja, also warte mal, es steht Februar 89 und July 91, aber ja, der Release-Date. Okay, okay. Ich meine, es ist trotzdem recht schnell, aber dachte ich, es wäre noch näher. Ja. Also Jan, oder sage ich Michael oder Jan, weil ich habe es beide schon gehört. Der Daniel hat sich, glaube ich, mit Michael angesprochen. Das ist beides richtig. Jan Michael heißt er. Franka, du darfst mich nennen, wie du willst. Alles klar. Na, du geile Sau. Also, du hast dich gefragt, welcher Sprache wir uns angesehen haben. Ich habe es mir auf Englisch angesehen, weil das ist, was ich in der Hektik finden konnte auf die Schnelle. Hat sich aber ausgezahlt. Ich habe wirklich gelernt, das Wort Dude in jedem Satz einzubauen. Dudes, also ich kenne mich aus. Dude, was my car? Das war wirklich, ich hätte mir nicht gedacht, dass der Film so lustig ist. Er ist unglaublich lustig. Ich habe ständig nur gelacht. Wahrscheinlich alle Leute in der U-Bahn hinter der Maske haben sie wahrscheinlich gedacht, ich bin komplett verrückt. Ich fand den Film einfach grandios. Ich muss mir den zweiten erst anschauen, aber ich finde den ersten Teil einfach nur grandios. Ich fand den jungen Keanu Reeves grandios und seinen Billy, dem Partner, Alex Winter, habe ich jetzt gerade nachgeschehen. Alex Winter, ja. Ja, einfach grandios. Auch so viele gute Pointen, so viele gute Stellen, an die man lachen kann. Kann ich gar nicht genug aufzählen. Auch am Ende dann auf der Bühne, wie die ganzen Darsteller und ihre Figuren da nachspielen. Oder wie der eine von Freud nochmal therapiert wird auf der Bühne. Das war einfach super gut. Aber ich möchte mal dazu einwerfen, dass, was ich so krass finde, ist, dass der Humor und auch dieses, dass man so einen hohen Sympathiefaktor für die Filme und die Figuren hat. Ja. Das kommt halt auch daher, dass man nie das Gefühl hat, die Figuren, die Hauptfiguren sind nur so Vehikel für billige Karl Lauer, sondern man kauft über die ganze Laufzeit des Films das ab, dass die wirklich echt so sind und dass es nicht so forciert ist, um Witze zu reißen, sondern die sind einfach so ein bisschen trottelig und leben so in ihrer eigenen Welt und das kommt so crazy authentisch rüber und du kaufst denen ab, dass in dem Moment, wo sie was Lustiges sagen, sie sich wirklich selbst nicht bewusst darüber sind, dass das gerade ein Witz oder sehr witzig ist, sondern dass für die das einfach was ganz Normales ist, ein ganz normaler Gedanke, den sie gerade haben und das kriegt ja echt gut hin. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Sehr authentisch, also auch auf Englisch finde ich sehr authentisch. Auch am Anfang, auch wenn, als sie sagen, dieses, dieses, was, be excellent to each other und dann Englisch mit Pardy on und sowas, die ganzen Sprüche, ist so gut einfach. Nee, dieses be excellent to each other wird übersetzt ins Deutsche zu bunt ist das Leben und genau. Wie schlecht ist das? Gut, das ist mir nicht angeschaut auf Deutsch. Nein, du musstest sie auf Deutsch angucken, weil Deutsche Synchro, wie sie damals diese Sprüche übersetzt haben, das macht den Film wahnsinnig kultig. Das Geile ist, die, ich kann das bestätigen, ich habe nämlich jetzt auch beide auf Englisch gesehen und damals natürlich im Deutsche Fernseh, VHS Aufnahme auf Deutsch. Das Krasse ist, früher waren die immer viel fantasievoll ungebundener, was Eigeninterpretationen der Texte angeht, haben da so eine komplett kunstvolle andere Sache oft aus Filmen gemacht. Nicht nur das berühmte hier Bud Spencer, Terrence Hill Beispiel, wo die Filme auch immer auf Deutsch neu erfunden wurden, sondern auch bei anderen Filmen, auch teilweise bei ernsthaften Filmen, die Art und Weise, wie die Texte übersetzt wurden, waren da oft halt sehr frei. Aber das Krasse ist, dass trotzdem gleichzeitig die Qualität der Sprecher an sich und die Authentizität der Art, wie sie sprechen, höher und besser war als heutzutage generell. Und deswegen funktionieren die Filme trotzdem so gut. Muss ich ja auch gleich mal was sagen zur deutschen Synchro, auch zu Bill und Ted 3. Deutsche Synchro damals hat gesprochen, wie ist Bill noch mal? Ja, hallo. Kriege ich keine Hilfe mehr, oder was? Ich musste wissen, worauf der Jahr ist. und versuche mitzudenken. Was willst du denn wissen? Die deutsche Synchronstimme, oder wie? Nein, nein. Schauspieler von, von, äh, ja. Alex Winter? Alex Winter hat gesprochen damals Charles Rettinghaus. Oh, okay. Und die Synchronsprecher von, äh, Keanu Reeves damals, Andreas Fröhlich. Not bad, not bad. Ja, ich, ich, äh, ein paar von den Guten. Ich schreibe Charles mal, warum er nicht in dem dritten Teil synchronisiert hat. Das krasse ist, ja, ähm, das, das wirst du ja bestimmt auch schon mal, äh, mitbekommen haben, durch deine Kontakte zu Synchronsprechern. Dieses, dieses wirklich fiese, intrigante Business der Synchronsprecherwelt in Deutschland, das ist ja auch mal ein Thema für sich, was da hinter den Kulissen abgeht. Ja. Mit sich gegenseitig Rollenklauen und irgendwelchen Geklüngel und, äh, irgendwelchen super hinterfotzigen, äh, Verhandlungen, äh, da, was ich da auch schon alles mitbekommen habe von, von Bekannten, ähm, das ist wirklich, kann man sich ja gar nicht vorstellen, was das für ein, für ein abgefucktes Business ist. Da hat Charles auch mal im Synchast drüber gesprochen, also, da ging's gerade um die Geschichte mit Robert Downey Juniors Stimme, die er eigentlich hatte, auch mit, dann in Der Richter wieder, aber bei der Marvel-Geschichte haben sie dann die Brad Pitt-Stimme genommen und da gab's auch richtig ein Disput zwischen Charles und, äh, boah, jetzt müsste ich nochmal nachschauen, wer Brad Pitt synchronisiert. Aber die beiden haben sich da schon ein bisschen an die Haare gehabt, haben sich wohl mittlerweile, also er sagte, ich mein ganz, ne, ich will dich gar nicht unterbrechen, ich dachte, du wärst fertig. Ich wollte nur eben zu Ende bringen, also, die haben sich ja auch mittlerweile dann wieder vertragen, aber das ist eigentlich ein No-Go, dass dann, wenn man weiß, ah, mein Kollege, der XY spricht, ist eigentlich der Standardsprecher von dieser Synchronstimme, dass man dann halt, äh, sagt, ja, ich übernehme die Stimme, das ist eigentlich unter den Leuten da so ein No-Go, aber das gab's immer wieder, leider auch bei Star Trek mit Riker und PK, die hatten auch zwischenzeitlich andere Stimmen. das, genau, das war auch das, ähm, was ich gerade noch sagen wollte, dass eines der berühmtesten Beispiele, weil das ja auch dann irgendwann in der Öffentlichkeit teilweise durchgesickert ist und ausgetragen wurde, generell Star Trek Next Generation, da gab's wohl ziemlich, ähm, Streitpunkte zwischen den Synchronsprechern und, ähm, ja, Leute wurden teilweise dann ausgewechselt zwischendurch und so. Ja. Da hatte ich nämlich mal, glaub ich, mit der Synchronsprechstimme von dem Wrestling Crusher, da hatte ich mal für Area Games ein Interview mit Video, weil die Halo Reach, der hat in dem Synchronsprechstimme Studio Regie geführt, wo die Halo Reach vertont hatten und da, ähm, hat er dann so Backstage auch über diese Next Generation Sache geredet, äh, das schien so die Geschichte zu sein, die er immer jedem erzählt, der da vorbeikommt. Sehr schön. Aber es ist ja, es muss ja nicht immer nur zwischen den Sprechern sein, sondern du hast halt auch oft so einen Quatsch wie, dass dann aus, aus, ähm, Amerika das Studio meint, Sprecher XY, Werder Fehl am Platz, der eigentlich immer diesen Schauspieler spricht oder die wollen da irgendwie, äh, ne, 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 einen anderen Sprecher haben, äh, der gar kein Synchronsprecher ist, weil man den eher vermarkten kann, weil das dann irgendwie ein bekannter YouTuber ist oder so und, ähm, da wird dann interveniert von Amerika aus und, und so ein Kram. Es ist nicht nur so Gezanke zwischen den Sprechern selbst, sondern das ganze Business, was da dranhängt, die ganzen Leute, die da noch mit reinreden und so und deswegen jetzt auch bei dieser Bill & Ted-Sache, ähm, das, das wäre tatsächlich interessant zu hören, weil wer weiß, ob dem überhaupt Bescheid gesagt wurde, dass da ein neuer Teil kommt. Vermutlich nicht, also oft ist es auch ein finanzielles Thema, ähm, sicherlich auch, ne, wenn, wenn ein Synchronsprecher schon bekannter ist, dass er da mehr kostet, ähm, ja, ich, ich werde mal nachhorchen, vielleicht kann ich da ein bisschen was im nächsten Podcast nochmal zu sagen, wenn, wenn Charles was sagt, ist immer die Frage, ob er was sagen darf, will oder was auch immer, aber ich werde mal, ich werde ihn mal fragen. Ich sag's mal so, ein Lichysia war auf der Comic-Con und hat, äh, für 20 Jahre an dem Handy, äh, Mailbox-Ansprache gemacht. Ja, du, du, wir haben ja zusammen, Daniel kennt ihn ja auch, durch unser legendären Auftritt, da sind wir wieder bei den Rocket Beans, da haben wir jetzt, da haben wir ja zusammen, äh, gekämpft und, ähm, ja, aber er ist jetzt glaube ich, er nackt nicht am Hungertuch, er macht ja auch den Negan und, und er hat ja viel zu tun, also, aber guck den William, Schauspieler doch hin und wieder mal. auch das, oder William Shatner hat doch, der zieht sich auch mal eben 100 Euro für ein Foto auf der Comic-Con rein, also, äh, da ist das ja noch harmlos gegen, ja. Nein, 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 äh, ich wollte noch sagen, ich hab mir jetzt einen Film auf Deutsch angeguckt, weil ich wissen wollte, wie es rüberkommt und deutsches Synchro, da war, aber hattest du es dir auch auf Englisch angesehen oder nur auf Deutsch, weil du, weil du, nein, das ist, das ist halt, die Sache, das ist halt so ein 80er, ja, weil du meinst, weil du schauen wolltest, wie es rüberkommt, dann brauchst du fast einen Vergleich, aber es ist okay, ich weiß, wie du meinst. Das ist halt Dude und Excellent, du hast ihn jetzt auf Englisch angeguckt. Was sagen die die ganze Zeit anstatt vom Dude, like Mann, oder was sagen die? Horschi. Kann man das nicht vorstellen? Horschi, ernsthaft? Horschi. Oh nein. Aber, Franke, hast du den dritten Teil gesehen oder jetzt nur den ersten? Ich hab, sprichwörtlich nur, also, literally, ich hab keine Ahnung, was heißt das auf Deutsch, ich hab mir wirklich nur den ersten angesehen. Wortwörtlich. Ja, weil, das ist ja das Problem an der Geschichte, der dritte Teil ist halt einfach nicht gut. Also, meine Meinung, vielleicht gehen wir jetzt mal, reden wir mal Tacheles, also, ich fand den dritten Teil leider sehr schwach. Ja, da bist du jetzt genau das Gegenteil von allen, die ich gehört hab. Im Gegensatz zu Lower Decks, wo du der Einzige warst, der es gut fand, hab ich bei dem dritten von Bill & Ted jetzt gehört, er wäre auf jeden Fall sehr, also, versöhnlich okay bis gut. Also, keiner hat, glaube ich, gesagt, er wäre super, aber die meisten haben gesagt, ist ein guter, Fanservice-Film, der sich gelohnt hat, das ja entstanden ist. Aber, ich hab ihn auch noch nicht gesehen. Ich liebe ihn und ich weiß auch warum. Ich liebe ihn. Er legt mal die Karten auf den Tisch, Leute. Ich liebe ihn, weil er so versöhnlich ist, weil es ein unfassbarer, viel gut Movie ist. Der ist, der ist nicht gut, der ist nicht gut produziert. Der ist, ja, vielen Dank. Das war mein Argument, unter anderem. Thomas schläft schon auf dem Stuhl ein. Alles gut, Thomas. Also, ich finde, die Höhepunkte haben die beiden Mädels. Nein, 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 jetzt bin ich dran. Ja, hilf mir mal ein bisschen. Ich muss das bei dir schneiden, Thomas, diese ganzen Leerstellen. Mach mal ein bisschen. Ich fand, äh, so ein Film 2020 einfach gut, weil er einfach ein viel gut Movie ist, äh, der, äh, Film aus dem Herzen spricht, und, äh, äh, ich, ich kann über diesen Film überhaupt, dass es den überhaupt gibt, dass er überhaupt da ist, ist schon Quatsch, das sind 80er Jahre, äh, Ding, dass es da nochmal einen dritten Teil gibt, und dass Keanu Reeves mitmacht. Ja, sorry, das reicht mir nicht, dann würde ja Cyberpunk auch super sein, nur weil Keanu Reeves dabei ist, oder was willst du mir damit sagen? Ja, also erstmal, das waren gerade die berührendsten Worte, die ich in diesen letzten Stunden gehört habe, das hat mich mehr bewegt, als alles, was ich über Never Rarely Sometimes Always gesagt habe, deswegen mein voller Respekt, ähm, hier, bitteschön, an den guten Herrn Spischler, wie, die, die Art auch, wie er es vorgetragen hat, mein Herz hat er erreicht, ich freue mich jetzt auf diesen Film. Oh Gott. Ich finde es gut, weil er, äh, nie eine Position, äh, einnimmt, sondern, es geht nur um diesen einen Song. Wir haben ja nie gesprochen, um was es überhaupt in diesem Film geht. In diesem Film geht es um den Song, den sie schreiben, um die Welt zu retten. Und, ähm, Musik ist in diesem Film halt auch, äh, wichtig. Weil sie ja, doch. Oh ja, okay, du hast gewonnen. Da kommen wir nicht gegen an. Ich möchte euch aber jetzt mal was fragen. Und zwar, das, was ja erst mal am interessantesten ist, diese beiden Schauspieler und der Herr Winters hat ja seit Ewigkeiten nichts gemacht, glaube ich. Der ist ja auch nicht wirklich so dann weiter in die Schauspieler-Richtung gegangen. Habe ich es richtig? Ja, er produziert den Film sogar mit. In der Kamera hat er viel gemacht. Genau, genau. Und, aber er ist jetzt, genau, aber er ist jetzt, was das Schauspiel angeht, so in so einer krassen Hauptrolle seit langer Zeit nicht mehr so aufgetreten, aber extra dafür jetzt zurückgekommen, auch vor der Kamera in diesem großen Stil. und Keanu Reeves eigentlich ja aus dieser Rolle, mit der er mit berühmt geworden ist, so schon längst rausgewachsen und hat sich eine völlig andere Richtung entwickelt. Genau das Gegenteil fast schon mit John Wick und Neo. Und vielleicht ist Neo sogar noch so ein Bindeglied quasi, so diese Mischung aus cool, nerd und planlos, aber wird dann zum Messias. Es war vielleicht noch so ein bisschen auch die Essenz von Bill und Ted. Aber John Wick jetzt eigentlich ganz andere Schiene. Und was ich gehört habe, ihr könnt mir jetzt beide aus eurer Sicht sagen, ob das so ist oder nicht, dass bei, speziell bei Keanu Reeves die Sache ist, dass er in diesem Film zwar irgendwie funktioniert, aber er fühlt sich halt so an, als wenn er als Schauspieler schon so ein bisschen Probleme damit hat, dieses Feeling von früher wieder hervorzurufen, dass man ihm merkt, dass er sich sehr anstrengen muss, da wieder reinzufinden. Und manche Leute, die den Film zwar jetzt nicht schlecht fanden, aber sich mehr davon erhofft hatten, haben gesagt, dass es vielleicht besser gewesen wäre, das zu thematisieren, dass man das noch mehr in dem Film so mit aufnimmt, dass er jetzt viel älter ist und vielleicht es nicht mehr schafft, diese Person von früher zu sein. Aber was denkt ihr darüber? Absolut. Dazu möchte ich was sagen, weil in diesem Film beide haben ja zwei Töchter, die ja genau das machen, was sie im ersten Teil machen. Sie versuchen, die Band zusammenzufügen, während die zwei versuchen, den ultimativen Song, der die Welt rettet. Ihre beiden Töchter sind mehr Bill und Ted aus den alten Filmen, aber wenn du sie nicht gesehen hast, schwierig, die geben sich mehr Mühe und die sind sehr engagierter wie Bill und Ted. Ja, und das ist so interessant, weil du fandst ihn ja jetzt trotzdem sehr gut und ich habe von vielen, die den auch sehr gut, also gut bis sehr gut fanden, aber genau das auch gehört und dass sich halt viele gewünscht hätten, man hätte das einfach in die Story einarbeiten können, dann hätte das sogar noch besser funktioniert alles. Ja, vielleicht auch da mal meine Meinung zu, also ich fand, also ich finde die Idee gut, hätten sie Keanu Reeves eher als normalen Menschen, der sich vernünftig entwickelt hätte, hätten sie einbauen können und dann kommt vielleicht, dann kommt Bill vorbei und versucht ihn wieder in die alte Zeit reinzubringen, das wäre vielleicht eine coole Idee gewesen und dann wäre der Fokus mehr auf den beiden gewesen. Sie müssen ja auch, den Song schreiben, sie müssen ja auch. Genau, und ich fand halt die Szenen mit den beiden Töchtern, ich finde, da war, die hatten eigentlich die spannendere Storyline fast schon, Bill und Ted, die, ja, die, die zogen dann da, wie Thomas gerade schon sagte, rum, um, im Endeffekt versuchen die nur immer in die Zukunft zu gehen, um von sich selber den Song zu bekommen. Also dann gehen sie immer weiter, immer weiter, immer weiter und ja, das war es dann auch schon, also da ist auch nicht viel hinter, gut, vielleicht muss auch bei so einem Film nicht viel hinter sein, aber ich hätte mir irgendwie mehr gewünscht, dass Bill und Ted auf eine coole, eine coole Aufgabe gehabt hätten und irgendwie fehlte mir das und ich fand halt Alex Winter, Alex Winter passte deutlich besser noch wieder in diese Rolle, als wie du, wie du gerade auch sagst, wie Keanu und wenn man das hätte vielleicht dann auch anders thematisiert, dann hätte mir der Film vielleicht auch besser gefallen und, ähm, ja, und auch diese, dieser Roboter und so, da ist so viel Quatsch drin, naja, gut. Ja, äh, ja, gut, der Roboter ist Quatsch, ja. Also, äh, ähm, da hat halt die Zukunft halt noch einen Terminator rausgeschickt und, äh, der halt super dumm ist, ja. Ist ja auch ein bisschen wie im zweiten Teil dann. Äh, ja, ja. Da gab's ja diese Killer, Killer-Klon-Roboter, oder? Nee, ähm, aber irgendwie, äh, aber das Finale hat mich versöhnt. Das muss ich sagen, das Finale hat mich versöhnt. Ja, mich höchstens die After-Credit-Szene. Ja, die After-Credit-Szene, absolut, aber das Finale und die After-Credit-Szene haben mich so versöhnt, weil Musik verbindet halt und das hat halt 2020 hart gefehlt. Konzerte und äh, diesen, jenes und, und da halt so eine, eine riesige Meude, die dann hart feiert. Guck, und mir fehlt sowas halt gar nicht. Vielleicht liegt's auch daran, dass ich da halt in dem Moment dann nichts spüre oder das halt jetzt nicht so mega prickelnd und spannend fand. Ich, wie gesagt, ich, ich, ich hab mir mehr drunter oder hab mir mehr erhofft, vorsichtig gesagt und fand den Film dann halt in der Summe nur so und kommt bei weitem nicht an die ersten beiden Teile ran. Ja, aber come on, Mozart war schon witzig. Ja, aber da sind wir wieder. Die Mozart, die Mozart-Szenen waren dann halt auch wieder mit den beiden Töchtern und nicht die Storyline von Bill und Ted und die Bill und Ted-Storyline fand ich halt ja, allein diese Knast-Szene ist, die man im Trailer auch schon sieht, ist einfach nur Grütze. Ja, aber es hat ja auch einen Grund, warum sie hier ein bisschen in den Grund gerückt sind, weil ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber trotzdem, hat's das gebraucht, um einen sauberen Abschluss von Bill und Ted zu kriegen? Muss man deswegen dann irgendwelche Kinder mit reinbauen? Ich weiß es nicht. Hätte man nicht machen müssen. Also, Thomas, es spricht eher eine Empfehlung aus, soll ich mir den dritten dann überhaupt anschauen? Ja, unbedingt, weil jetzt natürlich deine Meinung spannend wäre, allein aus dem Grund, deine Neugier. Ja, ich kann mir so einen Film anschauen, der dann mir die anderen ersten beiden einfach zusammenhaut und verfasst hat. Wenn du wissen willst, wie der Song geht. Aber ich glaube, er meint das, ich glaube, er meint doch vor allem, dass der Film so ehrlich wirkt auf eine Art mit dieser Message. Das ist das, was zumindest bei mir ankommt jetzt. Es ist, es ist, er hat keine politische, der hat null Message, der einfach nur Musik verbindet und Musik fehlt und Musik fehlt vor allem live und ja, wobei das sicherlich nicht die, der Hintergrund damals war. Der Film wurde ja schon vor Corona produziert. Nein, aber er profitiert davon und ich mag, ich finde es kurios, dass es diesen Film überhaupt gibt. Das wollte ich aber auch gerade sagen, der Kuriositätsfall, gerade wenn man die ersten beiden gesehen hat, einfach sehen zu wollen, selbst wenn der Film komplett verhunzt und scheiße geworden wäre, hätte ich ihn sehen wollen. Einfach nur wegen diesem Kuriositätsfaktor, dass er existiert. Genau, und aber er ist halt wirklich scheiße geworden. Er hat, er hat eine wahnsinnig gute Message und die verbreitet er auch, also ich kann den nur empfehlen. Ich kann den wirklich nur empfehlen. Also wirklich, wenn du nur Scheiße gesehen hast, so wie ich. Oh Gott. Nach Angela Holmes kann ich mir den schon anschauen. Ja, Spoi, Obrakai, aufs Maul, ähm, das können sie einfach als Zitat aufs Plakat knallen. Besser als Scheiße. sagen, glaube ich. Jetzt bin ich, ja gut, ich möchte ja auch nichts spoilern. Nee, ist gut, ich schaue ihn mir ja an. Ich sowieso, genau, ich fand das gut, ich fand es mega überzeugend. Also schaut dem beide mal, Franka, Daniel, unbedingt mal schauen und bitte Feedback geben, weil würde mich jetzt wirklich nach dem, ich bin jetzt überrascht, wir haben ja nicht im Vorfeld drüber gesprochen, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass Thomas ihn so hoch lobt, von daher bin ich sehr gespannt, wie ihr das Thema seht später. Es hatten übrigens ein paar Clickbait-Seiten so News rausgehauen, dass es schon ein vierter Teil in Produktion wäre und so Geschichten, aber dann hat sich, glaube ich, der Drehbuchautor zu Wort gemeldet von dem dritten Film und meinte, weil es auch irgendwie behauptet wurde, dass er schon das Drehbuch fertig geschrieben hätte, dass er nichts davon weiß und dass es halt komplett gelogen wäre. Macht auch wenig Sinn, also wenn, könntest höchstens die, nur falls jemand das gelesen hat, irgendwo das ist Quatsch gewesen. Ja, könntest höchstens die Töchter irgendwas erleben lassen, aber ansonsten macht das, da gebe ich Thomas recht, das ist wirklich jetzt ein Abschluss und da macht jetzt keinen Sinn, irgendwie darauf nochmal was zu machen. Also glaube ich nicht. Da habe ich mich nur noch zum Abschluss sagen, Kristen Schaal als die Tochter von... Muss man die kennen? Also ich kannte die nicht, ich kannte ja nur die Weaving und wer war die andere denn? Spielt die irgendwo Bekanntes mit? Ah, nee, aber die hatte Ted so... Ja, okay, ich dachte, man muss die irgendwoher kennen. Ja, sie hat halt, die beiden haben versucht natürlich, die jungen Bill und Ted so ein bisschen nicht parodierend so zu imitieren, im Endeffekt nachzuspielen. Die haben es besser gemacht wie die Alten. Also die Alten haben es so ein bisschen... Ja gut, die sind halt steifer, ne? Das kennst du doch auch in deinem Alter. Alles wird steifer und härter und man kann sich nicht mehr so geschmeidig bewegen. Ich will nochmal ein paar Infos reinschmeißen, die ich aus dem Red Letter Media Video Review bei YouTube noch in Erinnerung habe, die ich nicht wusste. Und zwar zum einen, der Film kam ja relativ nah, also der erste nach Zurück in die Zukunft. Und die waren aber schon in Planung und Produktion und haben glaube ich sogar teilweise gedreht, bevor sie wussten, dass es überhaupt Zurück in die Zukunft gibt und ursprünglich sollten sie auch mit einem Auto Zeitreisen und das wurde dann tatsächlich wegen Zurück in die Zukunft geändert, weil sie Angst hatten, dass man ihnen sonst vorwerfen würde, dass sie dann nur versuchen, jetzt auf den Zeitreisezug aufzuspringen, obwohl sie eigentlich wirklich ursprünglich selber zeitgleich einfach auch so eine Idee hatten. Und deswegen ist es dann halt diese Telefonzelle geworden. Was man in manchen Szenen merkt, weil sie meistens irgendwo landen, also auf so einem Parkplatz oder so, wo ein normaler Auto stehen würde und nicht eine Telefonzelle. Interessant, wobei man ja, da gab es auch schon lange Doctor Who, also hätte man auch argumentieren können, eine Telefonzelle. Ja, das ist das, genau, das ist das, wo sich viele Leute fragen, aber da ist wieder die Begründung irgendwie, dass das ja eine britische Serie ist und wahrscheinlich diese plumpen Amerikaner, wie man mal so schön sagt, das einfach nicht auf dem Schirm hatten, weil die nicht nach Europa geguckt haben und denen das auch scheißegal war. Ja, möglich. Ach ja, Bill & Ted war ja eins meiner langen Geburtstagsfilme, also die ich immer an meinem Geburtstag gesehen habe und ich glaube täglich grüße ich das Nobelteam, aber es liegt dann da. Das ist ja auch geil, dass du immer dieselben Filme geguckt hast und dann auch noch einen Film, in dem es darum geht, dass jemand immer dasselbe erlebt. Habe ich mir auch gedacht. Ich werde am zweiten, zweiten immer ein Jahr älter. Ja. Das haben wir alle gemeinsam und das verbindet uns. Deswegen sitzen wir auch ausgerechnet in dieser Konstellation, in dieser Gruppe zusammen, weil wir vier das alle miteinander teilen, dass wir einmal im Jahr Geburtstag haben. So ist es. Aber ich wollte noch sagen, dass es ja auch eine Fernsehserie gab, wo es glaube ich aber nur acht Episoden von gekommen sind. Aber das war mir gar nicht bekannt. Das waren noch andere Schauspieler, eine Realserie, also jetzt nicht irgendwie Zeichentrick. Das habe ich aber auch jetzt erst erfahren. Das war mir echt völlig unbekannt. Ja, habe ich auch nicht gesehen, muss ich gestehen. 1992 ist die auch erschienen. Es gab aber auch eine Fernsehserie als Cartoon. Die kannte ich. Genau, die wiederum kenne ich auch. Habt ihr die gesehen? Die kenne ich. Und ich würde sagen, an Betracht der Zeit, ich will auch nicht die Spaßbremse sein, aber wir sollten dann langsam zum, ähnlich wie bei Bill und Ted, zu einem schönen, versöhnlichen Schluss kommen. Sorry, aber das, was alle Spaßbremsen sagen, ist, ich möchte ja nicht die Spaßbremse sein. Das bin ich. Ich habe keinen Bock mehr. Schießt das Outro rein oder die Abmoderation. Ja, machen wir sofort. Jan, Michael. Erstmal nochmal vielen lieben Dank für euch, für eure Zeit, dass ihr so lange durchgehalten habt. Na gucken, das sind jetzt knapp drei Stunden, nach dem Schnitt werden es zwei, also das wird schon ein schöner Podcast, wäre eine runde Sache. Ich freue mich, dass ich euch mal wieder gehört habe, auch dich, Daniel. Ist ja auch bei uns schon ein bisschen wieder her gewesen. Mal gucken, vielleicht können wir ja auch nochmal in Zukunft mal wieder was zusammen machen, Filmkritik oder so. Du bist immer, immer gerne eingeladen in der letzten Filmkritik, wo wir ganz am Anfang ja zusammen gestartet sind, auch mit Kong, glaube ich, Skull Island. Ne, die Sache ist ja, ohne da jetzt auch wieder ein für die Zuhörer langweiliges persönliches Gespräch draus zu machen. Damals war das ja bei der letzten Filmkritik unregelmäßiger geworden, weil ich ja immer öfter halt durch die Pressevorführung aktuelle Filme gesehen habe, wo du zeitlich ja noch nicht was gesehen haben konntest. Deswegen, wann immer du aber was gesehen hast oder auch was, was jetzt nicht aktuell ist, Bock hast darüber was aufzunehmen, sag einfach Bescheid. Ich hätte immer Bock drauf. Also immer gerne. Sehr, sehr gerne. Und ja, Franka, wir hören uns sicherlich, wir sind ja noch am Überlegen, was für Podcast-Ideen wir noch aushecken können. Mal schauen, vielleicht gibt es ja bald ein Format dann auch mit dir, ne? Ja, schauen wir mal, wo das hingeht, wo dieser Weg hinführt. Aber es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, mit euch hier zu sein. Auch ein paar neue Serien und Filme, die zu bekommen. Also awesome. Genau. Und wenn ihr nicht genug habt, ihr könnt euch auch mal Kidding anschauen. Gibt es zwei Staffeln mit Jim Carrey, auch nochmal eine Empfehlung, wurde mir selber mal empfohlen hier im Podcast und ist für, gerade wenn man Jim Carrey auch mal in etwas ernstere Rollen mag, ist Kidding echt eine coole Serie. Ja, dir auch, Thomas. Vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Expertise, geradezu Will und Ted. Thomas, 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 Thomas. Oh, da wird der Plätsch erhöht, Daniel. Er geht hoch. Ja, das muss ich nochmal gucken. Nee, da wird der Plätsch erniedrigt, aber absolut. Erniedrigt, oder nicht nur gesenkt, sondern auch noch richtig erniedrigt. Du scheiß Plätsch. Ein schöner Versprecher, ja. Ähm, Sinekast hatte ich auch, ähm, Patreon, oder? Ja. Könnte ich ja mal weg. Muss man immer dazu sagen, genau. Verrückt, ja. Also, immer gerne. Ich freue mich über jede kleine Spende. Das hilft, unsere Serverkosten zu decken. Wunderbar. Danke für die Folge. Hat mir Spaß gemacht. Ähm, Ich hoffe, es war spaßig. Ich hoffe, es war der Hammer. Ja. Ja. Sowieso. Machen wir jetzt, äh, machen wir jetzt regelmäßig. Mal schauen, ne? Nee, Daniel hat mich nur gemobbt. Äh, fand ich scheiße. Das sagt jemand, der hat gemobbt jetzt über alle anderen Sachen. Das macht er, da macht er jetzt im Outro so ein Fass auf. Nein, 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 äh, ich, 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 du hast dich ja, ähm, wieder, ähm, vor mir aufgebaut, als der starke Mann, der mir Bill & Ted 3, ähm, vollmundig angekündigt, geschmackhaft gemacht hat. Das heißt, ähm, ich muss mein, mein Mobbing voller Reue zurückziehen und eingestehen, dass ich, ähm, mich auf dem Schulflur verguckt hatte. Da hast du mal ein Pausenbrot, Thomas, mach dir keine Sorgen. Ja, ich hab dir die Pausenbrote alle wieder, äh, in die Tasche gesteckt, oder so. Genau, alle wieder in die Tasche gesteckt. Genau. Und ich freue mich immer noch über den Lokstädter, falls er irgendwann mal anguckt. Ja, wenn er dann vor dir steht, freue ich dich immer so, glaube ich. Ja. Nee, nee, alles gut. Ähm, nee, hat mir Spaß gemacht heute Abend, äh, war ein schöner Cast, war lang. Lang, harte und zum Bersten voll. Geil. Absolut. Das ist ein netter Abschluss. Aber gut, geil und lang, ne, Franka? Wir hatten ja am Anfang die 20 Meter. Ich wollte gerade sagen, das erinnere ich mich noch an, die 20 Meter, The Voice. Genau, genau. Ja, wunderbar, vielen lieben Dank. Liebe Hörer, wir hören uns im November wieder. Ich wünsche euch einen wunderbaren Oktober. Schaut mal, vielleicht gibt es die ein oder andere Perle, wie heute besprochen, im Kino, wo ihr reingehen könnt. Ansonsten haben wir ja noch unsere Streaming-Anbieter. Und ja, wir hören uns im November wieder. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Schaut mal, wir sehen uns im Vizepunkt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017